Broadcast Settings, Advanced Settings. So, das wollen wir natürlich nicht, dass es hier angezeigt wird, weil es ist nämlich manchmal ein fickter Bildschirm ein bisschen zu klein. So, jetzt gucken wir mal eben kurz, ob alles funktioniert. Mir ist nämlich jetzt vor ein paar Tagen mein Headset auseinandergefallen, das heißt, mein Mikrofon hört sich dementsprechend scheiße an. Ja, der Hallo Dave. Say, Davey, how are you doing? As good as can be expected. Also, good back. Okay, tatsächlich bin ich immer noch nicht live. Anstehend, hä? Also, good back. Okay, tatsächlich bin ich immer noch nicht live. Ah, doch, all right, doch. Das hat tatsächlich gut funktioniert jetzt. Okay, wir warten tatsächlich auf die Legacy Lobby. Die kommt nämlich erst um 14 Uhr. Aus dem Grund, genau. Das schicke ich hier mal eben kurz in Streams rein. Hier, Werbung, Streamer, Streams. All righty. Oh, Bruder, das kann doch, das ist doch jetzt gerade nicht ernst, Digga. Das kann ich das gerade hier nicht reinschicken. Äh. Öfter öffne ich einfach eben kurz ein Ticket, Bruder. Auf die schnelle Support. Kann jemand Streamlink rein senden? Natürlich muss man auch bedenken, dass man im RP natürlich auch immer dann die Karte ausmacht. Und, äh, die sämtlichen anderen Dinge habe ich eigentlich full. Ja, perfekt. Äh, Close Friends Session. Oh, Mako schreibt mir, Digga. Oh, jetzt geht's los. Add High Team. Ja! Okay. Also in 45 Minuten macht die Lobby auf. Äh, I guess das ist ein gutes Zeichen, lol. Die, äh, die erste Beerdigung, die ich nicht respektiere, Digga. Irgendwie ist LSRP komplett komisch. Kann man eigentlich in die Tonne treten, diesen Server. Obwohl ich ihn auch mit größten Herzen respektiere, weil, äh, ja. Ja, ist, äh, irgendwie, ja, genau, definitiv. Äh, eigentlich echt ein guter Aufbau, dieser Server, aber, ne, Legacy ist immer noch mein OG-Server und ich glaube, auf dem Server werde ich auch immer bleiben. Na, das bleibt einfach nicht aus. Jetzt muss ich gerade irgendwie gucken, dass mein Streamers gerade hier richtig angezeigt wird, weil irgendwie ist das nämlich gerade nicht der Fall. Äh. Yes, das funktioniert nicht. Warum werde ich nicht angezeigt? Habe ich eine Shadowbahn? Hilfe, hallo. Hallo. Egal, Bro. Äh, wir spielen auf jeden Fall GTA 5 und Streamers komplett durch. Natürlich muss ich auch dafür auch dann mein Handy laden, ne. Äh, hör auf. Ich sehe wieder aus wie so ein Goofy, Alter. Warte mal. Äh, wir machen unser Outfit Try 2, ne. Ne, wir machen das hier, so. Ah, es sieht doch sexy aus. Also, was steht denn an? Wir müssen mal im Kurs noch schauen. Also, nach Club brauche ich nicht, habe ich Fool. 4,2 Millionen, das ist eigentlich Dogshit. Oh mein Gott, Digga, warte mal. Habe ich den Wagen vermisst? Oh mein Gott, habe ich den Stannier vermisst? True. Ich habe vorhin nebenbei 500.000 Dollar bekommen. Ruthless Gangster. Ja, true, Digga, er sind true. Ah, Digga, ich habe diesen Polizeiwagen eigentlich ehrlich schon vermisst. Ich muss mir im Kurs das Haus ein bisschen lauter machen. Auf, auf, zum Casino. Ich muss mich auch im Kurs hier täglich drehen. Alter, ich habe diese Wagen ehrlich vermisst eigentlich total, ne. Wenn Rockstar Games sich mal ein bisschen mehr Mühe mit den DLCs geben würde, jetzt, Digga, dann wäre das wahrscheinlich alles auch ein kleines bisschen besser zu verkraften. Oh. Wait a minute, Bruder. So. Jetzt fahren wir hier. Hallo. Und das ist eine Pflicht. Ja, lustig, Humor, 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 lustig. Ah, du bist unerträglich so wie Wasser. Genau so ist es. Ich hasse Wasser. Wasser ist eigentlich gar nicht cool. Oh, shit. So. Oh, ist das Casino wieder. Was ist das denn hier, Digga? Ist das ein... Äh, Ozzlot oder? Das ist ein Ozzlot, ne? Tatsächlich. Das ist das verfickte E-Auto, Digga. Ich will das Auto haben. Ja, Lampardati Ozzlot. Ist das doch... Eigentlich ist das ein Lamborghini oder was auch immer das sein soll. Ferrari oder so. Okay, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Rushing-Marken aus. Irgendwas in der Form. Ja, das war wieder so klar, dass ich das perfekte Auto nicht kriege. Und es gibt sogar noch Closing, ey. Das ist so ein schlechter Keu, Digga. So ein schlechter Keu, ehrlich. So ein schlechter Keu. Wirklich. So ein verdammt nochmal schlechter Keu, Digga. Ey, das ist ja mal Krebs. Oh, ich merke gerade, ich bin immer noch in der Party, Bruder. Das ist, äh... Ich bin tatsächlich immer noch in einer Party. Okay, dann würde ich sagen, wechseln wir mal eben kurz die Lobby. Weil dann gehen wir nämlich mal eben kurz jemanden abfangen. Was habe ich doch gerade eingestellt? Ne. Dann wechseln wir mal eben kurz die Lobby. Dann gehen wir nämlich jetzt mal ein paar Leute hier abfarmen. Ne, genau. So. Online. Public Session. Selbstverständlich müssen wir schauen, dass wir die ganzen Leute hier abfarmen. Ne, weil das sind nämlich so oder so alles so Noobs in GTA hier. Er sind, Bruder, aber dass es dich noch gibt, Digga, hätte ich ehrlich nicht erwartet. Du bist unerträglich so wie Wasser. Ah, die Leute im GTA-Chat, Digga. Ich glaube, man kann die gar nicht hören, ne? Ne, kann man nicht. So, holen wir mal unsere B11, ne? Also unsere A10 eher gesagt. Alter, FPS-Drops. Voice-chat. No. Was macht er denn, Bruder? Ah, ich komme da nicht durch, oder? Ja. Ich dachte halt wirklich, er wäre gerade in dem Ding drinne. Ich wusste das natürlich, dass er das... Hallo? Oh! 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 Mein Gott. Okay. Eigentlich komplett wieder total unnötig, was der Junge da gerade mal hat. Ich habe den gerade nur einmal gekillt von meinem Ego und jetzt will der Junge mich gerade hier abgriefen. Ja, wo ist er denn? Ah, ich habe keine Nachtsicht an, ne? Oh! Was macht er da vorne? Hallo, Herr Kleber. Ah, scheiß auf den. Äh, wieso? Ab, warte mal. So, jetzt machen wir Helmets. Jetzt gehen wir nämlich mal so. Und jetzt kann ich den Dichser nämlich eigentlich... Guck mal, da oben ist er. Das ist... Natürlich ist es immer wieder etwas einfacher, wenn man jemanden so killt mit einem Therma, weil die Leute einfach keine Ahnung haben, dass man ihn auch mit Therma durch Wendeklen kann. Aber wenn man scheiße ist, weiß man so etwas ja natürlich nicht. Hör auf, mich abzuschießen, nur, Pumke as Bitch. Fuck, das ist... Ich denke, der wer ist, alter. Oh, ne, geil, ey. Ich muss diese Einstellung von diesem verfickten Controller noch ändern, ey. Ich in der Krieg, guck mal, da oben ist er. Hi. Pumke as Bitch, wo ist der? Du Goofy. Du Goofy, lad. Was macht er da vorne? Oh, der ist am Snipen, Digga. Wer ist er denn? Er ist am Snipen, Bruder? Ah, er hat sich gerade einen Noob-Pike geholt. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Oh, nein. Ich glaube, er vergisst, dass es ein Auto im Lobby ist. Jung, bitte. Jung, bitte. Du holst dir doch nicht ein MK2 auf einer Auto im Lobby. Was macht dieser Punk-Hass Bitch da vorne? Also, jetzt mal ehrlich. Oh, okay. Was macht der? Was macht der MK2 da vorne, Bruder? Wo ist der? Ah, Innenstadt. Ich kann mir mal im Kurs einen Muni holen. Wenn der kleine Weg... Ja, würde mich wahrscheinlich jetzt killen, oder? Ich kann mich nämlich gerade nicht wehren. Wo ist er gespawnt? Da unten ist noch einer. Oh, Punkt, GSB. Wo ist eigentlich jetzt gerade mein Ticket, Bruder? Aber ich kann mein Ticket nicht machen. Okay, dann warten wir mal eben kurz wieder auf die ganzen Leute, die mich eigentlich gerade hier fighten wollten, ne? Weil der ist ja gerade abgezischt. Steig mal eben aus deinem Fahrzeug, oder das knallt. Dann holen wir mir nämlich eben kurz meine B11. Und wir gehen... Ah, okay. Das war klar, dass man gerade nicht als CEO reingehen kann. Dann holen wir uns eben die B11 so. Hoffentlich spawnt jetzt da vorne. Ja, natürlich holt er sich gerade ein Auto. Er fährt doch das Trader in meine Richtung, oder? Ja, er fährt gerade direkt zu mir, Junge. Verpiss dich. Brauner Pisser. Punkt, GSB. Geh weg. Aua! Hallo! Was macht denn der da vorne jetzt, Digga? Wer ist er denn? Ja, piss dich. Nee! Noobike! Noobike! Ich werde sterben, Bruder. Scheiße auf. Kannste klicken. Ich werde sterben. Digga, das ist doch... Aber das Loopike, das fliegt durch, ne? Fliegt durch, Digga. Was macht er denn da vorne überhaupt jetzt? Da war gerade ein Deutscher, ne? Weil der hat nämlich gerade Allah und ein Ohr gesagt. Na, ach... Jetzt wurde meine B11 beschlackt. Habt der Demokrat einfach zurück teleportiert. Es ist so schön, Lobbys zu griefen, Digga. Aber es fuckt mich so, da machst du ein Abwehr, die nur hier schlechte Leute drin sind mit MK2. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Digga. Das ist doch kein Skill. Das ist doch kein Skill. Also bitte. Jetzt hab ich meine verfickten MK2 nicht mehr, Digga. Ich bin so... Nee, ich hab meine B11 nicht mehr. Ich bin so ein Noob ohne B11. Ich bin so ein Noob ohne Autor. Scheiße. Dreckig ist das. Das ist eine Dreckigkeit. Digga, warum blockiert der Bot in einem Ticket links? Ist das nicht dumm? Angenommen, ich mach jetzt ein Clip, wie jetzt grad jemand Fail-RPP geht, Digga. Dann wäre es doch gut, wenn ich in das Ticket einen verfickten Link reinschicken kann, Alter. Warte mal. Ah, nee. Sag mir nicht, dieser kleine grüne Hurensohn ist da unten grad am Griefen mit seinem Noob. Oh, boah, ich guck dir die an, Bailey, Alter. Welch ist denn der wix eigentlich? Ah, sogar eine Frau, 239. Oh. Ja, den holen wir uns jetzt, ne? Also die oder der oder das. Dann brauchen wir erstmal... Ah, Digga, spielst du oder so nicht. Mg, da machen wir das MK2-Revolver, die Schrotflinte und Raketenwerfer. So, das habe ich ein gutes Gelowered. Ah, das dreckig ist doch was, Digga. Das ist halt eine reine Frechheit, ne? Mit einem MK2 reinzugehen in einem Fight, das ist eigentlich schon... ...dreckig, dreckig, dreckig, feinlichkeit. ...dreckig, dreckig, 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 Dieser Punk-Ass hier vorne, warte mal Wer ist er denn, Digga? Warte mal, das Champion, der ist wahrscheinlich eh ein Deutscher, oder? Warte mal, gucken wir mal eben kurz nach Ich habe gerade noch eben die Zeit Guck mal, ich bin Champion Werdet ihr wahrscheinlich das nicht sehen können, aber ich werde es sehen können Deswegen reicht mir das eigentlich schon Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe den Spieler, nämlich hier Level 32, oh Show Profile Äh, er ist Er hat eine 2er KD mit Level 32, bitte was? Englisch und Schwedisch? Ja, okay, kein Deutscher, kannst du knicken Eine Minute noch, Junge, das ist so Krebs zu warten, Mann Ehrlich, ey, kostet mich das an Mie, 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 mie Fart mich das ab, Digga Aber es ist gar keiner im Dogfight unterwegs Es ist niemand in der Luft, ey, Digga Mach doch mal irgendetwas Mach doch mal so ein kleines bisschen Action hier in der Lobby Nur ein bisschen Aber nein, dann ist da so ein Drecks MK2, Digga Das ist der einzige Dogfighter jetzt gerade hier, Alter Ich kann doch nicht mal ein CEO eröffnen Das gibt's doch jetzt nicht Das gibt's doch, ich verlasse die Lobby, Bruder, warte mal Ne, machen wir nicht Ah doch, tatsächlich Hahaha, hallo B11 Sag ich doch, da ist dieses Mal funktioniert In Chrom ist die halt eigentlich Actually wirklich gut Ziemlich gut getan So, Dogfighter, wo seid ihr denn hier alle? Ihr fightet wahrscheinlich gerade Da unten ist er, der kleine Pisser Hebab, hebab, hebab Er killt die ganze Zeit Lowlevel, Junge Das akzeptieren wir nicht Lazar spams R2 Welches Level ist er denn? Hauf zu reden, Junge Der ist Level 18 Oh nein, Crash bitte Ja, warte Ich spiele mich eh Claw eigentlich Ich lerne nämlich gerade Claw zu fliegen Also, wenn ich gleich abstürzen sollte Glaube ich, dann bleibe ich einfach dann in Stream Digga, erstens, was ist eigentlich aus Maxi und so geworden Ich weiß, Digga, ich habe noch Ich bin mit Ennis, ich bin mit Ennis noch auf Ding Auf Legacy zwar Aber was ist eigentlich aus den ganzen Leuten hier geworden, Alter Aber wo ist er denn? Wo ist er denn? Auf dem PD Parkplatz, ne? Ah, Kacke Also, er würde mir wahrscheinlich jetzt gerade so ein dickes Stinger geben, ne? Davon kannst du gerade ausgehen Ah, ist da unten Du streamst zu früh Ja, ich weiß Aber ich werde nämlich jetzt wahrscheinlich jetzt sechs Stunden jetzt durchziehen, Digga Wie kann das sein, dass ich nichts treffe? Ach, scheiß auf euch, Digga, ehrlich Er ist auf sein MK2 gegangen Jetzt ist es lustig Junge, du denkst dich ernsthaft, dass du mit deinem verfickten Noob-Bike eine Chance gegen den BL hast Junge Bitte Bitte Kleiner Pisser Die sind gefühlt ab 18 Uhr da Ja, ich weiß, alles ab 18 Uhr, Junge Aber Ne, gut Everybody Gangster Zitat ab, nobodies Gangster Punk is bitch Wo ist der Typ? Sind das da unten Low-Levels? Ich seh das gar nicht Anflug! Ah, scheiße Ich hab zu früh abgespenkt Pre-File bringt in der BF nichts mehr, haben die auch gepatcht Arschlöscher Krebs Okay Da vorne ist gerade einer mit Kopfgeld Ich kann da gerade keine, ich kann da gerade keine Geldaufträge machen, Digga Weil mich Pavel erstmal wieder anschreiben muss Yo, Kapitan Da ist wieder etwas, was wir in Caio Perico ausräumen können Oh, da ist gerade, da ist gerade ein Flugzeug gestartet Da sehe ich aber gerade ein Flugzeug Und das ist sogar ultra schnell Es könnte eine Starling sein oder eine Molotow Ah, das sehen wir jetzt, das sehen wir jetzt Ich hoffe, das ist eine Molotow Kann ich jetzt bitte hier CEO werden? Ja, geht doch Weiter machen wir Ah, äh, hallo So, warte mal C, äh, VIP-Work So, Headhunter Start Ne? Boah Tatsächlich Es scheint echt eine Molotow zu sein da vorne Ist er abgestürzt? Ich glaube, er hat das Spiel verlassen Minecraft kommt weit Da hatte ich Minecraft kommt weit Da hatte ich 5 Stunden Playtime oder so Minecraft, achso Minecraft Gibt es Minecraft überhaupt noch? Minecraft kommt wieder? Ich habe gerade White gelesen Was, Digga? Erzähl Wiemals Die haben doch gesagt, die lösen auf Wie, wie jetzt kommt wieder, Digga? Bei Gott? Als ob, Junge Die haben doch eigentlich aufgelöst, oder nicht? Es gibt sogar immer noch die Minecraft-Streams von mir, Digga Die mit über 400 aufrufen Discord und TikTok Haben die schon Discord-Server? Bei Gott Bei Gott ist mit Ö, ne? Bei Arsch Da unten ist ein MK2 Kanonenfutter Es ist einfach mit einer B11 Ein MK2 wegzustingern Okay, das Es ist nubig Es ist nubig Und das weiß ich auch Es ist ziemlich nubig Aber das ist mir eigentlich völlig egal Immer wieder diesen ganzen Gambo-Spiel auf PS4, Digga Wer seid ihr eigentlich, Junge? Was für Gambo? Ach, Scheiße Da vorne ist noch ein MK2 Sollt ihr eben? Ja, mach mal Ja, oder steck hier rein, Digga Ist mir eigentlich auch egal Wir sollen alle sehen, dass wieder ein toller Minecraft-Server online kommt Hä? Voll geil, Digga Ah, fuck Nicht in meinem County Hier wird kein LKW gefahren, Arschloch Ich habe ihn gerade mit meinem Sprengermier weggeholt Jawohl Ja, moin Ah, Hilfe Gehen sie bald Mir hat gerade im Deck gerade in Gruppen geschickt, das soll Arschloch Optimus 13 Ein MK2 Der kommt gerade in meine Richtung Wie sehe ich mich an? Dreht der? Nee, er dreht nicht, aber ich drehe jetzt Wie kann das sein? Ich war voll drauf Also bitte So, da unten ist nochmal Lazar, Digga Du wachst es nicht, mich noch einmal anzuschießen Das war klar, dass der Mels eine Rakete ausfällt Das war sowas von klar ist gerade Ja, wo Isa denn? Ja, wo Isa denn? Okay, da hast du mir gerade denn gerade geschickt Ich glaube, sie kennen mich noch minecrack.de minecrack.de 405 Mitglieder Verify So Goldie ist auch noch auf dem Server, Digga Mein Gott Ja Digga, ich habe halt damals ja den THC-Clan ja gehabt, ne True Oh, Digga Das war ne schöne Zeit, das war echt ne schöne Zeit Ja, das war echt ne schöne Zeit Ja, das war echt ne schöne Zeit Ja Goldie war auch miese korrekt Ich glaube, die ganzen Streams sind sogar noch online Die ich auf dem Server damals mal gemacht habe OG-Zeit, Digga Das war Anfang letzten Jahres oder sowas, ne Aber wann haben die denn vor, wieder zu releasen? Also ich meine, die haben ja jetzt wohl gesagt, dass die jetzt wieder releasen wollen Aber sind die schon online, oder? Ah Digga, ich gehe mal eben kurz Don't know, okay Freundeslobby Wäre halt, wäre halt geil, wenn die das halt zeitnah machen, weißt du? Frage ist, ob du die kennt mich noch? Erkrank, Digga, ehrlich, krank Dass die, dass sie das hier mein Crack-Liede aufbringen wollen, oder? Das ist Nach so einer langen Zeit einfach Das ist echt, das ist echt crazy Das ist echt crazy Vor allem So, Minecraft war auch mit einer der geilsten Server, Digga, wo ich ja generell einfach drauf gezockt hab Ist halt, ist halt einfach Fakt Ist halt einfach Fakt Das Team war zwar ein bisschen fragwürdig, Digga Ich war Test-Supporter über Wochen lang Warum ich nicht aufgestiegen bin, weiß ich auch nicht Aber ja War schon lustig Und dann gab's halt dieses eine kleine Pissnäckenkind, Digga Aua Hä? Der drückt einfach ab, Bruder Aua Dann gab's halt dieses eine kleine Pissnäckenkind, Junge Was daneben mir das Grundstück hatte Und was einfach alles die ganze Zeit zerstört hat Den ganzen Vibe einfach kaputt gemacht hat Ehrlich, naja, Digga, es war eine schöne Zeit War, Herr, als... Also, Goiti schreibt gerade in den Chat, dass es mehr als zwei Jahre her ist niemals zwei Jahre, Digga Anfang letzten Jahres Als ich gerade meine Ex-Familie getrennt habe Du, weil... Ich muss immer danach gehen, Digga, weil dann kann ich mir irgendwie besser alles merken, aber War ich dann auch mit 400 zusammen, Digga? Weiß ich gar nicht Komm, wir wieder 15, 15, not nur school Jo, Bruder, ich wünsch dir was nicht Und nimm die Lehrer nicht zuhaar dran Nun, nur gut gemacht, also Ey, krass, Digga, die wollen einfach wieder mein Crack drauf machen Das freut mich, das freut mich wirklich Ah, Digga, warum wird mir Vincent angezeigt, obwohl ich die schon wieder gespielt... Obwohl ich die eigentlich schon gespielt habe Ja, ich lag mal eben kurz in meiner scheiß Agentur, Digga Die beste Landung, die ich jetzt 2024 hingelegt habe Oh, ja, ein Schuss, ein Kopf, ne? Das war's Ja, true, Bro Ich weiß noch genau, wie dieser Server aufgebaut war, Digga Das ist zwar toll, also ehrlich Minecraft war mit einer der besten Minecraft-Server, wo ich drauf gespielt habe Meine OP-Sucht war zwar auch cool, ne? Das bleibt nicht aus Aber... Ach... Ed Niklas So Der kleine Pisser Der Bundespolizist Aber ich muss ja eben kurz pinkeln, ich bin sofort wieder da, ey Was kann das sein, dass gleich mal ne Blase einfließt? Äh, ich muss pipi, ich muss pipi Ran und dann Und dann Und dann Und dann Vielen Dank. So. So, Alter. Boah, Junge, ich hab so Rückenschmerzen. Ich bin einfach ein alter Mann geworden über die ganzen Jahre hier. Wenn ich noch einmal mit Pope oder sowas streamen könnte, ey. Das wäre auch wieder toll. Das wäre auch wieder toll. Aber Niklas und unsere sind mich gerade kontinuierlich am ignorieren, dass sie meinen Link da nicht reinschicken. Ich dreh sonst noch durch hier. Ich dreh total am Rad. Ja. Was soll ich sagen. Dinge passieren, das Leben passiert, das Leben geht weiter. Putty like a rockstar. Swing like a pornstar. Da hat es gerade geklingelt bei mir, aber ich werde es nicht aufmachen, weil ich finde, ich wüsste so faul. Das Video, was du mir immer geschickt hast, Digga. Was ist denn da jetzt gerade geklingelt, Junge? Ich muss irgendwas gucken. Da sind ja irgendwelche Stalker von meiner Türe hinter. Ich denke wahrscheinlich nehme ich schon. Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lucia, do you know why you're here? Yeah, bad luck, I guess. Oh. Irgendwie hat diese Worst gerade total komisch geschmeckt. Weiß nicht. Worst nämlich eigentlich zu essen ist eigentlich voll lecker. Hier, Epic-TV. Okay, so, perfect. Before you're being kicked for idling. Was heißt idling eigentlich nochmal? Oh, Meilzeit. Eierbaum in idling. Oh Gott. Hab ich da wirklich... Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das sind dann 4 mal 9. Das sind 9, 18, 24, 9, 18, 24, 35. 9, 18, 27, 36. So ist das richtig. 9, 18, 27, 36. Das sind dann 900 in einer Reihe. Das sind dann 3,600 Dollar. Also, ich kann Mathe. Aber wenn ich jetzt ein Notgroschen jetzt haben will, wenn ich mal 0 Dollar habe, was ja gerade obviously nicht der Fall ist, könnte ich eigentlich darauf zugreifen. Ja, Dinge, die GTA nicht will, die wir benutzen können. So, hallo, ich heck gern einmal... Nee, scheiß drauf. Fick auf dich. Machst du Snacks? Nee, machst du nicht. Ich glaube, die habe ich ganz oben. Stay safe, Boss. Boah, das hat die Fresse. Junge, können die mir jetzt mal antworten auf ein scherzücktes Stück hat, Digga? Alles kann es nämlich gleich so sein, dass ich hier ein bisschen bockig werde. Das wollen wir ja nicht. Was sagt denn überhaupt gerade diese Lobbyabstimmung, Digga? Ab wie vielen Leuten? Er tag... Er tagt sich... Er tagt einfach den kompletten Server, Bruder, weil ich gerade live bin. Digga, er tagt den kompletten Server einfach. Er tagt den kompletten Server, weil ich live bin, Bruder. Gut, so viel Aufmerksamkeit wollte ich jetzt schon auch nicht haben, Niklas. Aber danke. Das ist völlig okay. Moin, Knalli, was geht's? Äh, was sagt denn überhaupt gerade die, äh, Lobbyabstimmung? Muss ich mal eben kurz hier, Luki, 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 irgendwie reinmachen? Äh, wo ist die Lobbyabstimmung nochmal, Bruder? Ich sehe es nicht. Ah, hier, Abstimmung. Ah, es kommt zehn Leute gleich im P-Zen und das ist, klingt gut. Moin, Goldberg. Moin, Thomas, Digga. Nicht selber, ja, ein bisschen, Bruder. Ich war gerade auf die AP-Lobby. Meine Schwester ruft mich gerade an, Jungs. Das kleine Moment, ja. Ja, meine Schwester nennt mich Abi, sagt Tamar. Aber einfach größte Deutsche. So, jetzt müssen wir mal eben kurz schauen. Nee, Digga, müssen wir eigentlich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich mal eben kurz in meine Garage gehen, schauen, ob ich den Hellfire noch habe. Äh, ich denke nämlich nicht, dass es der Fall ist. Ich denke nicht, dass ich den Hellfire noch habe. Ah, Exit-to-Roof-Garage. So. Ja. Bist du PD? Warte mal. Hä, ein anderer Moderator hat dies gerade bearbeitet. Knalli, bist du noch im Chat? Ich kann dich nämlich... Ich kann deine... Ah, doch jetzt. Äh, ich bin tatsächlich nicht im PD. Ich bin bei der Gruppe 6. Ich habe mich eigentlich beim PD beworben. Äh, im Moment ist das PD wohl voll. Ich wollte halt eigentlich auch zum Shells-Department. Äh, oder so etwas. Aber der Shell war halt auch gestern nicht da, so bin ich jetzt gerade erstmal beim Gruppe 6. Weiß aber nicht, ob ich da überhaupt bleiben werde, weil das ist irgendwie RP-technisch nichts für mich. Was habe ich denn da für ein Auto, Digga? Was ist denn das da jetzt? Ah, ne, es ist La Magie, Digga. Ich dachte schon, das ist gerade hier von mir. Ja. Digga... Okay, Alter, die... Also, ich liebe das, weißt du, wenn meine Schwester einmal nicht da ist, ruft die mich 400... Ah, warte mal, Digga, Scooty. Ich hoffe... Ich hoffe, du hast dein Ding, äh, so, dass man dich jetzt gerade im Stream hören kann. Hast... Achso, hast du auch. Das heißt, man hört deine Stimme gerade nicht. Okay. Okay, sehr gut. Bist du eigentlich noch auf der Flagg? Da ist sie. Knalli, du Penner, Digga. Bahran. Die... Bahran ist gerade im Chat, Digga. Ja, Bahran. Der Code. Ja, Digga, Bahran, Scooty ist gerade irgendwie in der Party. Du bist auch auf Legacy, ne? Du bist auch auf Legacy, ne? Ja. Okay, sehr gut. Und was machst du so beruflich? Auf Legacy? Ja. Ich bin, äh, im US Marshal Service. US Marshal Service, Digga. Ah, okay. Aber ich war schon lange nicht mehr da, also. Knalli, du Penner, leise barran, schöne Grüße, glatzen Kopf. Jetzt hört man ihn endlich. Sind dich da rativ, fahren wir weg, Fronden, Bruder. Boah, kann ich mit Party? Äh, Knalli, wie heißt du auf PSN? Da kann ich dich temporär einladen. Digga, meine ganzen Fahrzeuge sind aus meiner Agenturgarage weg. Das ist mich gerade so am abfucken. Spielst du gerade AP? Ne, äh, ich warte gerade auf die Lobby. Ich bin aber gerade schon am Stream die ganze Zeit. Ich habe vorhin Lobbys abgefuckt und so, hat man auch auf dem Stream gesehen. Ich habe aber vorhin miese reingekackt. Exit to ground. Du heißt da Knalli-TV, warte mal, dann lade ich eben ein. Temporell in die Party. Ja, Digga, ich bin vorgestern im Band worden. Ja, Bruder, aber dadurch sind halt jetzt auch ein paar Idioten drauf, ne? Das ist halt, das ist halt scheiße. Digga, aber ich wusste gar nicht, dass Ding-Girl noch auf dem Server ist, Digga. Wie heißt die nochmal? Demon oder so, Demon-Girl oder so war das. Ich weiß nicht, ich weiß, ich muss ja die Discount-Name nochmal ansehen, Bruder. Ja, die, äh, hat 2022 auch auf, äh, hi, na? Hallo. Die hat auch 2022 auf, äh, CTV und so gespielt, wenn ich. Diese komische Art Miene, die, die auch hinten auch Rubio, äh, hinten dran stehen hat. Ich weiß nicht, wie die heißt auf Discord. Was? Der Fanboy, also Fangirl von Rubio oder so, ich hab keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht. Baran, du magst ihn nicht. Der, wenn, wenn du's auf Zulassen bei Party-Einstellung hast, dann sollte man dich eigentlich hören. Ich hab's ja auch auf Zulassen. Weil ich hab's nämlich eigentlich... Wait a minute. Ich... Man hört ihn nicht. Ja, genau. Aber Scooty hast du gerade gehört, Baran, ne? Äh, warte mal. Advanced Settings Share... Wait, was? Audio Share Settings. Es war, doch, es ist, es ist alles, es ist alles an. Es ist alles an. Es ist alles an. Also euch sollte man eigentlich über meinem Mikrofon hören. Ja, Scooty hört man immer noch. Ach so. Jetzt wieder. So. Jetzt. Jetzt hört man ihn wieder. Jetzt hört man ihn wieder. Jetzt hört man ihn wieder an. Naja. Jetzt hört man ihn wieder an. Junge, ich hab, ich hab vorhin einfach aus Versehen eine wöchentliche Aufgabe gemacht, die ich eigentlich gar nicht abschließen wollte. Deswegen hab ich vorhin 1,5 Millionen Dollar gemacht, nur dass ich drei wöchentliche Aufgaben abgeschlossen habe. Drei wöchentliche Aufgaben, 3,5 Millionen Dollar. 1,5. 1,5. 1,5 kriegt man das dafür. Digga, da ist eigentlich gar nichts. 1,5 werden grad voll gut für mich, Digga. Bruder, mach doch einfach den neuen Verkaufsglück mit deinem zweiten Char, Digga. Jetzt höre ich den auch. Ja, optimal. Optimal. Äh. Jetzt bin ich gerade hier, Digga. Okay, jetzt hab ich sieben Zuschauer, Bruder. Irgendwie kommen grad hier alle rein. Moin. Achso, warte. Abonnieren. Ja, mal abonnieren. Ich weiß nicht, danke. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade hier in meiner Agentur machen soll. Oder ich hab Geld, Digga. Aber ich wollte eigentlich eben kurz meine ganzen Fahrzeuge suchen. Mich fackt das so ab, ne, irgendwie. Oh, du verdammt. Scheiße. Was, was, was du eigentlich nochmal, IZ, äh, Job? Ich bin seit zwei Tagen auf dem Server. Achso. Wahrscheinlich eben für Endreise, ne? Ja, okay. Aber Bahren hat mich ja auf den Server geholt, deswegen. Achso. Ja, Bahren ist ein Schwerkrimineller, der brauchst du eigentlich gar nicht vertrauen. Der ist so, der ist so, dieser Quotentürke, weiß er. Das ist egal. Nee, der Quotentürke, äh, Quote, der Quoten-Quote. Ja, Quoten-Quote, ist alles dasselbe. Wie sich das auch nach irgendeinem Video auch noch anhört, dergegnet. Haha, Digga. Junge, ich bekomm gleich, ich bekomm gleich einfach einen Bann auf YouTube, alter Rassismus. Warte, ich muss kurz hier Dings ausmachen. Warte, das habe ich gar nicht gehört. Da kann ich jetzt hier, also wegen Meterschutz. Ah, jetzt so. Oh. Echt? Geil. PS5, PS4 und PS5, Habibi. PS4 und PS5. Äh, aber ich spiele auf PS4. Also ich habe noch keine PS5, ich bin einfach im Moment zu arm für die Scheiße. Oh, was kann man hier machen, oder? Kann man mitmachen? Natürlich. Moin Baby, sagt der. Kann man mitmachen? Ja, Bruder, kann man nicht. Ich kann dir eben kurz den Link von Legacy reinschicken. Aber nur unter dem Vorwand, oder du machst das, Knalli, warte mal, Knalli, da muss ich dich eben kurz zum Mod machen. Ähm, zum Moderator hinzufügen. So, Standard-Moderator. Digga, also nur unter dem Vorwand, nur unter dem Vorwand, wenn du den Stream likest und mich abonnierst, ne? Sonst geht das hier nicht. Bin Tim. Na, das ist einfach Tim, Bruder. Tim ist in meinem Chat, Digga. Tim, Bruder, also wenn ich dich IC sehe, knall ich dich um, ne? Das würde ich immerhin kurz sagen. Genau, jetzt ist da gerade noch Legacy. Du musst einfach nur ein Ticket aufmachen, das ist nämlich gerade freie Einreise. Und dann, äh, ja, kannst du mitzocken. Crew und so alles, hoffentlich weißt du ja, wie das funktioniert. So, du hast jetzt einen neuen Chat-Moderator. Hopp' ich doch. Äh, Scooty, können wir heute Abend nochmal G-Sache machen, wenn du Zeit hast? Oder können wir das jetzt? Nein, lass uns das jetzt machen. Ja, stimmt, 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 Digga. Du musst arbeiten. Ja, was macht ihr? Äh, ich hab, ich bin ja als Gruppe 6, Digga. Ich würde nämlich auf ein Outfit, äh, nämlich GunBad machen. So, das Outfit nehme ich. Und wie bekomme ich diese EA-Dinge auf meine Klamotten drauf? Äh, entweder machst du das, äh, entweder machst du das mit dem Casino. Mit dem, äh, Casino-Ding des, äh, ja, Max, ist, Max, Bruder, du bist auch noch da. Oha, Digga, du lebst noch. Krass, Digga. Äh, entweder machst du das mit dem Casino, mit dem FBI, mit der FBI-Marke, oder du musst das halt mit den ganzen Komponenten über einen Zweitschar machen. Hast du nachher Bock, mir das zu erklären? Ich, das können wir gerne machen. Ich hab nämlich ja schon die ganzen Komponenten. Und ich glaub, ich hab mir die, nee, es ist gut, du musst mir eigentlich meine Liste geschickt. Ach so, ja, stimmt, ja, true, dann kann ich dir das gerne erklären. Bin ich dabei, weil ich brauch die auf ein paar Outfits. Ja, weil du, du kannst mit den Komponenten auch dann direkt GunBads und so machen, ne, also alles. Ja, ja, ich mach dann einfach so zwei Outfits, eine Outfit mit Marke, eine ohne. Ja, kann man machen. Finde ich super. Uua. So, die Lobby ist grad immer noch nicht offen, Bruder, das bin ich grad bis zum Stern. Ach, hast du Geburtstag? Ja, ich hatte Geburtstag, am 30.03. Alles Gute nach Dreck, weil du hast grad Gratulation im Chat bekommen. Alles Gute, die nach zwölf Tagen, ja, Bruder, ich bin endlich 18 geworden. 18, Bruder, was denkst du, wer ich bin? Endlich, wie bitte? Was denkst du, wer ich bin? Boah, keine Ahnung, 19, 16. Ich kann die Stimmen, hat der Mikrofon, die nicht abschätzen, Bruder, das versteht schon. Bin 16. Du bist 16. Weil du hast, ich hab' wie so'n türkischer Single-Familien-Vater, Alter, mit ungefähr fünf Kindern. Ja, wenn man einfach tiefer redet, dann geht das auch ganz gut, eigentlich. Entschuldigung, Bruder, der macht seine RP-Stimme rein. Entschuldigung, Bruder, der ist gut, du kannst mich einladen, wenn du weißt, wenn du völlig Ich hab' Angst, dass ich immer noch ein Band dafür bekommen, wenn ich wirklich zum Appell hinwollte, dass mir noch gesagt wird, dass ihr Voice-Changer habt. Voice-Changer, das hört sich also an, wie es hättest du so'n Stand-Mikrofon vom PC. Ja, sag' ich doch, Digga, also, also, man, also, man, also, sogar John, ne? Ja, also, aber, 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 Bruder, aber ich finde, aber ich finde, bei John hört man das nicht. Ah, Digga, warte mal, was hat er denn? Nein, er macht's nicht dran. Er macht's nicht dran. Er hat's nicht fast nie angeflossen. Gibt's Fahrzeuge? Also, gibt's ne Frag, die rot fährt? Hm, keine Ahnung, ne? Ich finde es heraus, wenn ich heute umgeknallt werde. Ich finde es heraus, wenn ich heute umgeknallt werde. Ich finde es heraus, wenn ich noch umgeknallt werde. Wenn du umgeknallt wirst, warum umgeknallt? Äh, weil ich jetzt rot fahre. Ah, als Blot, oah. Ja, ich bin jetzt bei dem Blot. Ja, sollst du dich eigentlich nicht schämen für? Ja, also, manchmal hab ich dann schon so die Gedan... äh, so... Die Gedanken... Die Gedanken sind frei. Jaaa... Hätte ich grad so'n Unfall in der Lobby gebaut, Digga, ich wär' weitergefahren, Digga. Ich hab' ne Permawand, Alter. Ach so, ich muss nicht schlafen. Oh, danke. Wie bitte? Du kannst lauter sprechen, ne? Wann willst du die Pizza haben? Äh... Später? Boah, mir ist das eigentlich egal. Ich denk 16, 17 Uhr. Ich will meine machen? Ja, aber dann lass meine direkt dann draußen einfach. Boah, krass. Okay. Ja, dann mach' ich meine um 16, 17 Uhr. Hast du noch ne Vape? Ich hab' gar keine mehr. Boah, ich brauch' Nikotin, Digga. Ja, dreh' ich durch. Ja. Tschüss. Krass, Digga. Was denn? Ich kann gucken... Mit Mods... Ja. Seh' ich grade... Wie viele Nachrichten die Person... Welche Nachrichten die Person geschrieben hat? In je... Also... In jedem Stream? In jedem Stream. Was? Ich hatte mal, Digga, ich hatte mal... Also ich hab'n Video, Digga, das hat über 12.000 Aufrufe. Kannst du da auch sehen, wer da alles kommentiert hat? Also kannst du... Nur live, nur live, nur live. Achso. Hier, GTA 5 und Money, Legacy Live, Max Live, PS4, neue Fraktion, Free Einreise, 14+. Krass, Digga. Da hat er einmal OK geschrieben. Und bei dem... Davor... Bei dem GTA 5 komme ich wieder um 15.50. Ich hab' noch School. Du, No, Yo. Krass, Digga. Ey, Digga, das kannst du... Also du kannst es komplett nachlesen. Okay, Scooty, bist du drinnen? Ja, jetzt bin ich drinnen. Ah, perfekt, Digga. Super. Direkt dann die Sache... Warte mal, also ich kann das auch für doch einfach abgespeichert haben, ne? Wenn ich mir's anziehe und dann weiter skippe, dann geht doch das Bell dann direkt drauf, ne? Äh, ja. Okay, perfekt. Musst du sowieso, ja. Das wollte ich wissen. Boah, Digga, ich hab' morgen... Ich muss morgen arbeiten. Wisst ihr nicht, wie viel Bock ich habe? Hm, so viel wie ich habe. Ja, ist zwar ein cooler Job so, aber... Morgen um 9 Uhr bis nach fucking... Also bis nach eine andere Stadt zu fahren. Was machst du nochmal? Ich mach' Pflege, Digga. Mit körperlich und mehrfachbehindernden Menschen. Also ich bin halt... Boah. Nix... Also ich will mich nicht lustig machen, aber ich meine jetzt zum Beispiel... Kümmerst du ja auch so Leute wie um Baran? Äh, also für Baran hätten wir immer ein Zimmer frei. Das ist kein Problem. Es gibt natürlich halt auch noch Pfleger, es gibt Behandlungspfleger. Es gibt halt Pfleger, es gibt Behandlungspfleger und dann gibt's halt noch Betreuer. Und bei Behandlungspfleger sind halt die, die sich halt um die besonders schweren kümmern. Das wäre halt in dem Fall nicht, weil Baran ein schwerer Fall ist. Genau. Nicht, nicht weil Baran ein schwerer Fall ist, sondern weil er einfach schwer ist. Wow. Er meinte vorhin... Er meinte vorhin... Er ist einfach nur besonders fett. Er meinte vorhin, er ist im Gym. Äh... Ja, ist er nicht. Lüge. Spreche ich ihm jetzt ab, was soll die Scheiße. Mit Donuts, Jim... Er... Er macht Gym in dem er einfach Cheeseburger verspeist, Alter. Bisschen... Bisschen... Bisschen sein Kiefer... Bisschen Kiefer trainieren, weißt du? Und deine Dame barren. Oha, der Hammer. Junge, ist gut, die Digga. Du bist einfach free, ey. Ach so, ja. Imagine Sons of the Forest kommt später als GTA 6 auf Playstation. Ah, Junge, da würde ich mich so kaputt lachen, ne? Was ist das... Später? Boah. Nee, aber jetzt stell mal vor, Digga, Sons of the Forest kommt einfach nach GTA 6 auf Playstation raus. Boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich tippe mal, dass GTA 6... Weil da stand ja... Also ich hab so ne Theorie, ne? Da stand ja Trailer 1. Ja, aber die... Angeblich soll jetzt nochmal verschoben werden. Release Sato soll ich jetzt nochmal ändern auf nochmal ein Ja. Hast du? Hast du gemacht? Äh, ja. Warum machst du aber Gruppe 6? Was ist mit Gruppe 6 auf sich? Ja, Digga, ich bin jetzt erstmal bei Gruppe 6, weil... Weil dieser... Weil Bruder... Also dieser eine Sheriff, ne? Der will mich irgendwie nicht... Also... Ich glaub, der mag mich nicht. Hm. Komisch. Kannst du dir nicht vorstellen, warum, ne? Ich rede einfach zu viel. Das ist wahrscheinlich das Problem. Aber warum sind jetzt die ganzen Badges weg, Digga? Ja, das ist normal. Ja, das ist normal. Ja, das ist normal. Trailer 1.1, dann 1.2 bis 100. Ja, 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 ja. So seh ich das auch. So seh ich das auch. So seh ich das auch. Junge, also... Das seh ich schon. GTA 5 Trailer... Die gehen so auf 1,1, 1,2... Digga, also GTA 5 Trailer, die also... Ich find die einzigen Trailer, die hab ich mir auch mal angesehen, die von Trevor, Mikey und Franklin, die waren cool. Aber ich mein so, ich mein so jetzt so einzelne Trailer jetzt so für einzelne Charaktere zu machen, ist eigentlich total überflüssig. So, warum? Nein, 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 nein. Die haben ja in Trailer 1 das komplette Game gezeigt. Also so Ausschnitte. Ja, ich weiß. Das haben die jetzt bei GTA 6 jetzt auch gemacht. Ja. Und ich tippe mal darauf, dass dann der Trailer 2 noch einer wird halt nur mit anderen Sachen. Das heißt, Digga, also ich meine, ich... Ich meine, im ersten Trailer gab's halt einfach gefühlt nur Ausschnitte aus dem echten Leben. Zum Beispiel dieses eine Krokodil, was einfach in den Supermarkt gelaufen ist, Junge. Ja, ja, da gab's... Das Video ist aus 2004 oder sowas. Das ist voll das alte Meme. Ja, guck mal, die Sache ist, guck mal, ähm, das liebe ich's, das ist toll an Rockstar, ne? Die versprechen was und halten's nicht. Ja, ist so. Ist so, Digga. Junge, ich seh den Trailer und das ist am Ende coming 2025. Und ich sitz da so vor meinem Handy, guck den Trailer, Digga. Aber eigentlich musst du's schlau machen. Junge, du musst so jetzt diesen Monat oder so die nächsten Monate, so, verstehst du, mit deiner Freundin, dass du dann einen Vaterschaftsurlaub bekommst. Oh mein Gott, Digga, true, weil Vaterschaftsurlaub nicht um mich als Kind zu kümmern, sondern um GTA 6 zu spielen. Junge, ich war ne ganze Nacht wach, bis der Trailer rausgekommen ist. Ne, ich wollte der Erste sein, der den gesehen hat. Und dann statt um... Der kam sogar zu früh. Und dann statt um 6 Uhr, weil der Wut ja dann schon gehackt und dann geleakt, kam dann schon irgendwas um zwei Uhr ein paar zerquetschte, Digga. Und ich sitz da so. Ja, irgendwie das, Digga. Ey, schlimm. Ich bin vom Bett aufgesprochen. Ehrlich? Ich hab mir den Trailer auch sofort angeguckt, Digga. Ohne... Ich glaub, G-Sache wurde gepatcht, ne? Was versuchst du? Ach, mein Apartment ist ja gar nicht mehr bei mir Clips Tower. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Jetzt hab ich noch zwei Minuten, um runterzufahren. Warte mal kurz, wir machen das eben anders, Digga. Ich wechsle eben auf was immer nötig ist. Ah, du kannst auch einfach Hantschuh wechsel und dann verlassen. Das geht auch. So, neue Lobby, Digga. Dann mach ich das eben. Warte mal. Closed Friends Session. So. Die Lobby ist immer noch nicht offen. Scooty kommst du aber gleich an RP. Mhm. Guter Junge. Mal machen. Ist eigentlich immer noch Lohn mal 2 oder ist das jetzt wieder auf mal 1? Wie wir denn? Ist das ja Lohn jetzt immer noch auf mal 2 oder immer noch auf, äh, oder jetzt wieder auf mal 1? Meinst du bei GTA oder jetzt grad in Legacy? Äh, RP. Ich, ich mein mal 1, wie denn? Na, weil gestern war noch mal 2. Hä, das heißt ich hätte heute eigentlich über 50k gekriegt? Ähm. Wir hättest gestern mal 2 empfunden können, ja. Scheiße. We need more pants. Weißt du wie es geht? CEO. Achso, ja warte mal. CEO. Mach das. CEO, Steal und dann hin und her. Und dann aussteigen. Äh, geht nicht. Warte mal. Ah, doch. Ah doch, tatsächlich. Ich hab's. Jetzt kann ich auch irgendein zum Kleidungsladen fahren, war das, ne? Ja. Okay. Digga, aber irgendwie traut sich kein an Gruppe 6 den Spotter zu überfallen, hab ich gemerkt. Okay, Digga, hast du grade geschissen oder was war das? Nee, das ist mein Stuhl. Weiß nicht. Keiner traut sich, ne? Ja, also wir haben gestern, da wir eine Fahrt gemacht haben, einfach 50 Gold gewonnen. Also halt abgeliefert und dafür kriegen wir den. Ja, ich überfalle das nachher. Alles gut. Ja, ja, ja. Arschleck, Digga, gar nix machst du. Ich komm mit dem Dienstgeber an, pumpt er sie nicht rein. So, Punkt. Ich komm mit langen Waffen, ist mir egal. Hallo! Gambo, ne? Richtig Gambo werde ich machen. Richtig rollen werde ich mich. Glitschwohnen und so. Also, also zu nervös, sagst du. Digga, ich sehe aus wie so ein... Ich, ich weiß nicht, wie ich aussehe. Äh, wir nennen das G... Ja, Bels. Dumbo, Dumbo, Dumbo. Nicht mehr Gumbo, sondern Dumbo. So, die Lobby sollte eigentlich ja schon lange offen sein. Warum ist sie nicht offen? Hallo, der Herr, was soll das? Was war das? Ey, ich sehe aus wie so ein Drill-Sergeant, Junge. Get on the ground! Was hab ich jetzt eigentlich jetzt wieder angemacht, das man mich hört? Ich weiß nicht, ich hab das Stream immer leiser, wenn ich, äh, den mir selber... Ja, er kann ich verstehen, ist ja auch doof, wenn man mich... Äh, ne, alles gut, ich hab auf immer zulässigen gedrückt. Dumbo, Dumbo, okay, Dumbo. Get on the ground! You ugliest bitch! Lobby-Status immer noch nicht offen, Digga. Hallo? Der Herr? Was soll das? Also hier, ich... Jetzt weiß ich, wen ich meine. Mirabel... Dark Angel war das, genau. Ich wusste gar nicht, dass die noch existiert, dass die überhaupt noch... Dass die überhaupt noch da ist. I am Grand Wizard Man, born leader of the Clue Club. Fährst du eigentlich auch ein 2,2 Millionen Wagen im MEP? Äh, ne, ich fahr aber einen Panzerwagen, der jedes Mal 100.000 Dollar beinhaltet. Ja, und geht. Vielleicht. Daru ich noch mit dir reden? Wie bitte? Daru ich noch mit dir reden? Wie bitte? Nee, darfst du nicht. In GTA Online gibt es einfach Schmetterlinge echt. Digga, treu dich. Es gibt auch Glühwürmchen. Ey, der Mikrofon ist grad ein bisschen am klackern. Oh, warte. Es ist... Ich weiß es... Tim! Wer ist das denn, Digga? Das ist noch mein Moderator. Tim California Hardcore-IP. Ja, das ist mein Modbruder, aber ich weiß nicht mehr, wer das ist, oder? Ich weiß nicht, wer das mehr ist, Digga, Tim, oder? Wer warst du noch mal? Ich bin's hier. Ich bin's hier. Ich bin's, Tim. Ja, ich bin's. Super. Ich weiß nicht. So, der erst mal direkt vom Kanal spät. Ach so, Gandalf. Ach so, Digga, das ist... Das ist... Das ist Lenny Summers. Das ist Lenny Summers. Oh. Ich bin gerade am Kacken. California Hardcore-IP, Bruder. Ändern mal deinen Namen, Digga. Also ehrlich, das ist immer respektlos jetzt. Ey, ist ja schlimm, als wenn du grad sagen würdest, LS-IP, Junge. Also echt schon, wow. Grüft ihr Lobbys? Äh, ich hab... Also ich kann tatsächlich Lobbys grüfen, aber ich bin mir dafür einfach zu gut wegen meinem Ego. Hm, ich kann tatsächlich auch. Ich hab zu drei Crews ne Einladung. Äh, also... Gib mir einen Discord-Server, ich mach mich Crew-Free's und dann würde ich sagen, mir ist das egal. Wie folgt ihr dieser Crew-Free's? Hau mal raus! Du musst das... Nicht im Stream, bitte. Nicht im Stream. Ja, ne... Nicht im Stream, aber das machst du... Ne, das machst du... Das machst du definitiv nicht im Stream, Digga. Also, äh, aber... Ja, genau. Auf jeden Fall kann man halt Crew-Freezen. Und ich weiß, wie's geht. Aber nachher, weil nachher grüfen noch Legacy-Lobbys. Aber... Äh, Scooty, hast du wirklich... US Marschall-Service? Wie läuft das? Ja, ich bin Director. So. Du bist bei der US Marschall. Warum weiß ich das nicht, Digga? Hätte ich mich gestern bei euch beworben, ihr Ficker. Haha. Ich hab' Führerschein, Motorradführerschein, Digga. Thomas ist Big Judge, also Richter. Ist hier ein Fahrle-Reich in der Partie? Äh, nein. Ist hier in W3. Na ja, ich weiß, aber das ist einer von euch beiden. Niko ist, äh... Atelier General, also, Staatsanwalt. General Staatsanwalt. Äh, äh... Ja, nur... ...und ist jetzt nicht aktiv. Ich kann jetzt auch nicht mehr so... Aber egal. Wirklich. Und die Marschells sind einfach nur Marschells. Marschells... ...auf nachfehlend ausführen. Jetzt gibt's aktuell keine mehr tatsächlich. Ja, dann werd ich dafür sorgen, dass ich einen bekomme. Keine Auf- und Haftbefehle, krass. Ich hab halt eigentlich, ehrlich, gottlosen Bock auf Sheriff-RP, ne? Bin ich euch ganz ehrlich, Digga, so. So, nicht in meinem County. Das ist gegen das Gesetz. Ich bin das Gesetz. Du Land... Du Landratte. Du Landratte. Du Eierlandkrauler. Du machst dich von meinem Acker. Oder ich sorg dafür, dass du dich vom Acker machst. True, Junge. Oh! So. Es wird Zeit. Für die 5 Minuten Zeit. Es wird Zeit. Wo hab ich's? Es ist Zeit für die 5 Minuten Zeit. Ja, warte. Ich muss was finden, dann kann ich dir erklären, was meine 5 Minuten Zeit ist. Geht das? Ne. Hab geändert, besser für dich, Digga. Junge, wie kann das so sein, dass die so verfickt ist, dass die RP-Lobby immer noch nicht offen ist. Die haben gesagt 14 Uhr. Open the lobby. Die sind ja nicht so RP gefangen wie ich. Ja, ich bin aber... Hallo. At exit. Ich bin mega RP gefangen. Open the lobby. Achso, ja, ich auch. Open the lobby. Also... Was sind meine 5 Minuten Zeit? Warte kurz. Hast du dir grad ne Zigarette angemacht? Ja. Bin ich da jetzt drauf. Was soll die Scheiße? Ich hab keine Kippen mehr, Junge. Du hast voll was von Nikotin gelabert. Ja, richtig. Ja, deswegen. Eine Zigarette, Digga. Wenigstens eine und ich würde die nächsten 2 Stunden meine Schnauze halten. Da wäre es mir egal. Aber ich weiß, wenn ich eine rauche... Der ist Bundesland. Der ist Bundesland. Der ist Bundesland. NRW. Nee, warte, ich schick dir einen rüber. Grüße aus Bayern. Geh mal den Gym mal besuchen, Junge. Geh mal. Wem? Kollege von uns. Nee, nee, lass mal. Ich bin am Wochenende draußen. Genau. Er ist am Wochenende. Er stürmt im Stream. Ich bin am ersten... Nee, ich bin am Wochenende tatsächlich im realen Leben. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Ich hab Freunde. Also ich hab keine Freunde, deswegen spiel ich auch Rollenspiel. Hast du da Freunde? Ich hab auch im Rollenspiel keine Freunde. Der letzte Server, wo ich war, Digga. LSRP hat mich tatsächlich ein bisschen hochgenommen, weil ich... Ja, da haben... Da gibt's halt... Also da spielen halt Weiße, IC halt Schwarze. Die halt die ganze Zeit die N-Bombe drum. Tim will einen höheren, äh... Mordrang. Keiner knicken. Gibt es überhaupt mehr? Ey, ich glaub ich... Ich glaub leitender Moderator, ich glaub leitender Moderator... Ja, mit leitender Moderator kannst du andere Moderatoren die Rechte wegnehmen. Bro. Wer ist edit... Oh mein Gott, die in anderer Gruppe 6 Wagen. Stehen da mal was knallt. Da stehen da mal was knallt. Aufsteigen wo das knallt. Hallo, Aufsteigen wo das knallt. Genau. Na, aus Verrat Schusskeule, ne? Pech wenn du nicht reagierst. Boah, krass, ich kann nicht seine gelöschten Nachrichten nicht sehen. Okay, warum ist der Wagen... Das ist der einzige Geldtransporter... Echt nicht. Oh. Die kannst du nicht überfallen. Der ist vom Casino, der ist ja... Ne, der kauft dir doch einfach einen in GTA. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, Digga, hab ich, hab ich, hab ich ja, Bruder, aber das ist der einzige Geldtransporter, den man nicht mit Haftbomb in die Luft springt. Den kannst du auch nicht überfallen. Weil er aus dem Casino kommt. Ja. Ja. Nehm ich, Digga, kann man dem doch bestimmen. Ich mein, okay, wenn er ein Einzelner würde... Ja, scheiß drauf. Egal. Wusstest du, was der graue Geldtransporter... 10 bis 5 Schüsse mehr auf ne Scheibe aus, der der grüne? Ich versteh nicht, das ist doch einfach nur ein anderes Livery, was er drauf hat, das ist... Ja, aber der trotzdem, der hält irgendwie mehr aus. Das ist wirklich ohne Sinn, Digga, also... ohne Scheiß jetzt. Hallo stehenbleiben. Steenbleiben. Aua, halt. Ich hab jetzt Bock, wirklich eine Lobby. Oh, Mann. So, was hat er für Cruise-Einladungen? Ich habe Zugang zu Sand-Life, Tropical-Life, aber wäre Rollplay. Sand-Life hast du? Ja. Goldberg. Emily! 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 Was, Digga? Wer ist Emily? Warte. Emily! Sind Sie ein Sim, der Herr? Ja, ich bin ein richtiger Sim, genau. Ich hab nämlich im echten Leben keine Freunde. Und auch in RP keine Freunde. Genau aus dem Grund... Ja, genau, Gang und so. Genau, Digga. Gang und ich wenn. Pass los auf der Runde, der Gaguar. Boah. Also, wenn du mich auseinanderziehen willst, dann ist das kein Problem, tatsächlich. Junge, Tim, ehrlich, halt die Fresse. Ehrlich, halt's Maul, Junge, ehrlich. Also, ohne Scheiß, ich dachte ehrlich schon, ich bin tief gesunken jetzt, aber... Bitte. Wer ist? Wer ist Tim? Selber Emily, du Pappenheimer. Einmal... Easy Gang laughed, easy life. Du heißt jetzt Emily, Bruder? Doch mich Boyfriend, Digga. Tim, du kannst eigentlich mein Boyfriend sein, wenn du willst. Bitte schick nie wieder diesen Emoji rein, Bruder. Bitte mach das nie wieder. Ja, ist gut. Mach das nie wieder. Bist du online gestellt? Nee, ne? Wie ist das denn jetzt eskaliert, weiß ich nicht. Aber wir warten gerade immer noch auf diese Legacy-Lobby, Digga. Achso, kannst du kurz die Freundschafts-Anfrage annehmen? Äh, ja, klar. Da muss ich ja erstmal eben kurz hier rechts ranfahren. Ich schwöre sogar, Knalli. Äh, Notifications. Friend-Request. Oh, ich hab ne Freundschafts-Anfrage. Jetzt krieg ich endlich mal OOC auch ein paar Freunde. Ja! Wurde mal Zeit. Also, all friends, wie viele Freunde hab ich insgesamt, Digga? Wird das ja... Ich hab... Also, ich hab 188 steht. Nee, ho... Ja, ihr... 189 hab ich jetzt. Wie ist das denn jetzt eskaliert, Digga? Dieser Emoji von dir, Junge. Schick den bitte nie wieder rein. Das machen wir bitte nie wieder. Okay. Gold Bash. Ah, ich hab Mystique eingeladen. Scheiße. Wen? Ich hoffe, er kommt aus einem anderen MPs, aber... Mystique. Ja. Die Mystique? Nein, den Mystique. Ah, ich dachte schon. Aber... Aber ist das ein Opfer? Ich äußere mich nicht. Sagen wir so, er mag mich nicht. Also, eine Antwort... Also, keine Antwort ist nebenbei auch eine Antwort, falls es dir was sagt. Ja, sag dir Primelife was. Wie hieß nochmal dein... Wie hieß nochmal dein Clan damals auf Minecraft? Äh, THC. Äh, kommst du kurz rein? Ich hab dich eingeladen. Boah, Bruder, bitte. Ich hab jetzt keinen Bock auf Game War, Alter. Du weißt es... Du willst es gerade nur machen. Du willst es gerade nur machen, weil du mich auseinander nimmst, ja? Ich bin scheiße in Game War. Ja, ich auch. Willkommen im Club. Ja, guck. Junge, was macht meine Katze da, Digga? Geh von meinem Schuh... Oh, die ist rollig. Du dummes Arschgesicht. Geh von meinem Schuh... Nein! Nein! Die ist mein Schuh am Ablecken. Warum? Geh da weg, hör auf damit. Nein, bafui, aus mit dir, du Teufel. Nein. Äh, warum fügst du eigentlich kein Bot in deinen Stream hinzu, dass der die automatisch die ganze Zeit in den Blechschießteilen grenzt? Nightbot, Nightbot akzeptiert. Also, Nightbot will irgendwie nicht. Dann nimm den anderen. Ja, ich schaue gleich gerne rein nochmal. Äh, aber Maxi, das war tatsächlich die... Kann ich das jetzt nicht auch einstellen als Mod? Ich meine schon, aber wenn du... Ich glaube, nur wenn du Leitner Moderator bist. Warte mal, probier das einfach mal eben kurz aus. Warte. Warte mal, als Standardmoderator entfernen und jetzt als Moderator hinzu... Warte mal, äh, warte mal hier. Als Moderator hinzufügen. Leitender Moderator. Okay, das probier das jetzt nochmal. Warte mal, ich pin ihn, küsste die Nachricht an. So. So, warte YouTube, die Scott Ports. Ah, es gibt sogar extra iPhone, äh, es gibt sogar extra iPhone, äh, es gibt sogar extra und der nur YouTube, heißt krass. Echt? Ja. Ja, äh, Server 12.000, ja, man kann's ja mal ausprobieren. Das muss ich mich anmelden, Digga. Ungefähr, jetzt wird mein Account gehackt. Imagine. Ah, das ist gut, ich hab zwei FA, das wirkt mich nicht. Ah. WLAN-Server, ich tu ihn jetzt auf irgendeinen Server von mir hinzufügen. Ja. Hier, nehmen wir den hier. Aber Maxi, du könntest rein theoretisch, die Streams, die sind jetzt, glaub ich, zwei, ich mein, ein Jahr oder zwei Jahre sind die jetzt her. Solltest du eigentlich noch anschauen können, als ich auf, äh, Ding damals gestreamt hab, auf, ähm, genau, Minecraft. Mit einer der besten Minecraft-Zahl, wo ich überhaupt drauf gespielt habe, Digga. Äh, das war, das war, das war, das war ehrlich, ein radikal geiler Server. Aber das Team-Bot war ein bisschen fragwürdig, weil ich war halt auch im Team, Digga, aber ich, ich bin halt irgendwie nie aufgestiegen, ich war immer nur Test-Supporter. Ja, 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 sehe ich, perfekt. Ich war immer nur Test-Supporter, Digga, aber es wäre echt eine geile Zeit. Du, ich muss mich mal irgendwas aufschreiben, weil ich morgendwie raus muss, Digga. So, dann teste ich kurz den Bot. Äh, Tim, ich werde den Stream jetzt sofort umbenennen, wenn ich meine Tastatur angeschlossen habe. Äh! Hat Michael gesagt, Stimulanzen gesagt? Nee, gar nicht, ich hab ihn kurz stimuliert vom Kaffee. Das ist komisch, Michael. Digga, wir haben acht Zuschauer und nur sechs Likes auf dem Stream. Also irgendwie läuft da etwas nicht richtig. So, warte mal. Wie, wenn meine Tastatur... So, jetzt aber... Jetzt hab ich neun... Jetzt hab ich neun Zuschauer. Wie bitte kannst du? Ratze, ich muss kurz gucken, wie der Bot funktioniert. Mhm. Äh, Original... Äh, ja, Team ist nicht so gut aus verschiedenen... aus verschiedenen Leuten, haha, aber mal schauen, was die Zukunft sagt. Denke, Goldi und ich haben ein bisschen mehr auch... An Erfahrung aus Team lang gewonnen. Ja, ich denke, das war halt damals ziemlich unvorbereitet. Schick mal Party, äh, gucken wir gleich. Äh, das war halt damals ziemlich unvorbereitet. Ne, das ist halt das Problem. Äh, ich kann aber grad den Stream nicht umbenennen. Äh, ich kenne sogar... Ja, am besten dann einfach nur das Endwort. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ähm... Broadcast Settings. Äh, ich kann den Stream nicht umbenennen. Advanced Settings. Comments to Speech, nein. Display Message, nein. Mach auf Handy, ach so. Ja, kannst du einfach sagen, Digga, würd nicht... Ja, passiert so oder so nicht. Schau mal dran, da, daraus. Hab ich Gambo rausgemacht? Oha, Digga, ja, ja, gut. Ja, Nigro zum Beispiel. Ah, jetzt, warte mal, wird man Leistung, ich hab mir das gerade eigentlich hier angezeigt, nee, warte mal. Äh, mein Stream wird mir... Mein Stream wird mir tatsächlich nicht angezeigt, das werde ich höchstwahrscheinlich irgendwann gleich machen. Boah, heißt einfach nur Goldberg. Mhm. Es gibt so viele Goldbergs. Ich kann das machen als Leitner Moderator, Digga, ja, dann mach das. Hoffentlich kannst du das jetzt machen, Bruder. Also ich, als Leitner Moderator den Streamnamen ändern, Digga, das wäre mir jetzt ziemlich neu. Warte, ich kann's versuchen. Ich glaub, du kannst da eigentlich... Nee, nee, warte kurz, Digga, jetzt hier macht, das konzentrierst du dich eben auf dem Bot. Aber ich glaube, du musstest eigentlich doch nur meinen YouTube-Link da einfügen. Und dann sollte der eigentlich den Kanal direkt finden, ohne Namen. Und Maxi, Digga, ich würde sogar mit Herz, ich würde sogar mit Herz nochmal auf dem Server von euch anfangs zu streamen, ne? Also mein Crack, safe würde ich das tun. Natürlich unter dem Vorwand, dass das Server wieder online kommt. Und ich glaube, ich brauch mal gleich den Laptop. Ich bin echt im Überlegen, ob ich gerade meine... Nee, lassen wir das einfach. Und die AP-Lobby geht immer noch nicht auf, gerade. Hiermit ist die Frack-Yakuza... Ach komm, jetzt ist es eine rote Crew-Trainer, natürlich kann ich jetzt mein Rot nicht weiterfahren, Digga. Log in mit YouTube. Online kommt wird auf jeden Fall, ja, sehr gut. Äh, Yakuza gibt's auf jeden Fall jetzt, Digga. Naja, Yakuza ist das offiziell, jetzt werde ich mich zehn Minuten im Stream darüber beschweren, dass eine Gambo-Fraktion existiert, weil nämlich eigentlich Yakuza, sie eigentlich ja Chinesen sind und die eigentlich keine Gambos sind. Die sagt mir, ich bin ja... Äh, krass. Äh, Niple ist ein Chatbot mit, äh, Twitch und YouTube, was ermöglicht, dass ihr Ultimation-Livestream-Chat mit Moderation und neue Features, um euch zu spenden mehr Zeit, äh, um euch zu Ende zu Ende. Geil, Yo, Weverse, Weverse, keine Ahnung. Also mein Leistung, mein Leistung wird mir jetzt gerade auf YouTube-Studio nicht angezeigt, das ist es gerade ein bisschen behindert. Obwohl, wait a minute, ich kann das, ich kann doch eigentlich das immer normalen YouTube auch machen, ne? Einstellung, Sperrbildschirm, zusätzliche Einstellung, in VR-Ansehen, Nein, das machen wir nicht. Ich nehme einen anderen Bot. Ja, mach das. Aber vielleicht auch brauch ich deine Account-Daten. On YouTube. Ja, warte, also dann richtig gleich eben ein, warte mal. Ja, guck mal, ich erkläre das kurz, du machst dir hinzu, dann müsstest du mich in das Ding eigentlich rein, theoretisch, warte, ich mach's, ich erzähle mich kurz, mein eigenes YouTube. Nöte ich schon kurz. So, genau, hier YouTube, dann akzeptierst du das auf Zulassen. So, ich hier, Joint Channel, genau, Joint Channel. Das Note Channel Channel. Genau. Ja, scheiß drauf, gut ist es einfach, wenn ich jetzt gerade erst mal einen Mod hab, oder zwei, der dann erst mal so aktiv bleibt. Live, nein, bobo, genau, genau, du gehst in den Chat, ja, genau, du musst dafür streamen, also online sein. Ja. Dann markierst du den Bot in deinem Chat. Jetzt? Na, also, nein, 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 das musst du dann selber machen. Ach so, ja. Also, ich könnte den glaube ich dann auch markieren. Ja, dann schau ich das gleich, Digga, ich hole mir gleich so oder so in den Laptop, da hat er noch eben. So. Digga, das kann auch nicht sein. Die Lobby ist immer noch nicht offen, seit einer halben Stunde jetzt schon nicht. Was war das? Genau, hier Custom, Add Command, du kannst auch dann Commands hinzufügen, so wie zum Beispiel Auszeichen, Legacy, dann wird hier der Dings angezeigt, und ich, rein theoretisch, aber dann müsstest du eigentlich auch mit einem Auto Ding machen können. Ah, hier, Shannon ist, genau, du kannst mich dann hier, das ist die Shannon vor, Warte mal, Videos verwalten, wait a minute, okay, okay, ich probiere mal eben kurz eben das, was Tim mir gerade geschickt hat. Ja, das wird mir, das wird mir halt nicht angezeigt, Digga, Tim, du hast halt noch eine alte Version von YouTube Studio, ist heute Punkt. Warte, ich gucke mal kurz bei einem anderen Streamer, welchen er hatte. Ja, er macht das auch dem Laptop hier, dann hole ich mir gleich den Laptop einfach, dann hole ich mir gleich einfach den scheiß Laptop, ist ja auch egal jetzt. So, wir warten gerade immer noch auf die Lobby, aber die Lobby kommt gerade die ganze Zeit nicht, Digga, wie kann das sein, dass ich acht Zuschauer habe und keiner schreibt was in den Chats, kurz. Sehr gut, ich sehe schon, gleich fangen sich, gleich fangen sich ein paar Leute, ah, Johnny quitt, Lobby kommt gleich, Digga, das schreibt Johnny sogar. Schade. Eigentlich müsste man ja noch den, ah, hier Live-Shirt, hier, hast du gefunden. Hier, er nutzt auch Nike-Bot, aber ich habe bei ihm noch einen anderen Bot im Stream gesehen damals. Nicht in meinem County. Ich habe halt damals, ich habe, also ich habe damals ein Ding benutzt. Oh, warte mal. So, ich habe damals Nike-Bot benutzt. Und da hat sogar gut funktioniert, der hat sogar gut funktioniert, weil sich halt dann inaktiv geworden bin. Ja, ja, du musst ihn danach neu einstellen, das ist immer so, weil der Bot ja sich nicht topführende System auf sich selber hoffen kann, also auf dich, der sich konzentrieren kann. Nike-Bot, hier, Nike-Bot.TV, dann probieren wir das mal im Kurs aus, dann lande ich mal eben kurz. Zwar, sicher ist gerade mein Chat nicht mehr, aber dafür siehst du ihn. So, sign up, learn more. Okay, sign up. Log in with YouTube. Ja, tatsächlich, also mein Netball-Accounts ist tatsächlich sogar immer noch da. So, join channel. Enter, add Nightbot into the moderators' list and don't forget to press save. Go live. Nightbot will only join streams there live and not unlisted or private on YouTube. Äh, moderators, moderators, moderators. Kann ich, warte mal, ich bin jetzt gerade hier auf dem Handy. wenn ich jetzt add Nightbot in den Chat schreibe, was passiert dann? Mach mal. Dann haustest du ihn eigentlich, also dann ist er aktiv. Nee. Weil ich versuch's, ich. Äh, Server. Moderators list. Einstellungen. Berechtigungen. Auf dem Handy, wie kann ich da Mordzeilen stellen, Digger? Ach, scheiß auf. Ist ja, ist ja eigentlich auch gerade eher zweitrangig, ne? Ja, wenn ich mach, was halt mit der gepinnten Nachricht. Ja, warte mal. Ja, scheiß auf, Digger, lassen wir es erst mal eben so. Ich schau mal mal eben kurz, so. So. Ich will die Nachricht bringen, das ist mein erster Stream jetzt schon wieder nach ein paar Monaten. Läuft mal gut. Ähm, Dings, ähm, Goldberg, kannst du kurz die Nachricht von Tim entpinnen und meine kurz entpinnen? Achso, ja. Ah, warte, nene ne, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, warte, ich muss kurz neu schreiben, ich hab einen Schreibfehler zu nehmen. Ja, alles gut, dann stecke ich mir irgendwas mit dem Handy ins Ladekabel. Der Bruder lädt doch gerade sofort, oh, das war gerade meine Lampe. Lobbyöffnung, achso ne, doch IC, doch. Bei wem? Jolin. Jolin, hab ich sogar noch meine FL. Sehr gut. Okay, ich muss mir mal eben kurz, mein Discord eben kurz hier aus dem Laptop hier ausrüsten, damit ich das alles über den Laptop organisieren kann. Mit welcher Taste kann ich eigentlich Discord nochmal auf dem Laptop größer erscheinen lassen? Weil das ist nämlich alles so herbe, klein. Warte mal, Discord. So, jetzt kannst du dir die Nachricht finden. Ich hab jetzt eine andere Schrift geschrieben jetzt, ja. Ja? Ja, ja, ich kann groß schreiben. Perfekter, perfekter. Jolin, 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 Jolin. Oh, ich liebe Devil Open, auch bei Discord, ich liebe es, Discord-Server zu verwalten, es ist so geil. Sicher, dass es so geil ist? Ja, ich liebe es, Discord-Server einzustellen und zu erstellen und einzurichten, es ist so geil. 100 Pro? Ja. Okay, warte mal kurz. Okay, warte mal, ich ändere mal eben kurz den Stream-Titel. Tim soll nochmal eben kurz bitte reinschreiben, wie ich den nennen soll. Den Stream und dann sagst du mir mal eben kurz, was er geschrieben hat, weil ich sehe das nämlich gerade pauschal, nicht? Ja, warte, das sagst du ja, wenn Tim reingeschrieben wird. Obwohl, warte mal, da ist mir eigentlich auch WhatsApp geschrieben, da gucke ich eben kurz da, weil mein Handy hat nämlich so gutlosen Wackelkontakt, ich kann da nicht drangehen, wenn du so mal laden willst. Goatback, äh, GTA 5, GTA 5, PS4. Oh, jetzt öffnet sich Discord, Digga, genau zu dem Zeitraum, wo ich grad Discord gar nicht brauche. Leck, ja. PS4, PS5. So. Hä? Änderung nicht möglich, bis die, bis die, bis die Fehler behoben wurden? Ja, die Fehler sind gerade. Gar keine, Digga, warte mal. Achso. Wir machen das komplette Ding mal eben kurz hier raus. Ja, ich kann. Ach, scheiß drauf, Digga, anändere ich den Namen einfach gleich, Digga. Soll mich nicht abfucken jetzt. Wovor ich noch ein bisschen sauer werde, Junge. Der Name ist gerade erstmal abgespeichert und speichere ich den gleich einfach dann manuell. Was soll denn das? Okay, Jolien hat die Lobby, sagst du? Ja, ich bin auch schon drin. Hört man eigentlich schon, also, in-game-Chat? Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man, ich weiß nicht, ob man den in-game-Chat hört. Ich glaub schon, weil, äh, nämlich mein Headset so damals so laut ist, dass sich eigentlich jeder Itzel bei mir doppelt hört, also. Ihr könnt die hören, aber die hören sich halt nicht doppelt, deswegen glaube ich schon, dass man die hören kann. Äh, ich würde jetzt aber dann gehen, weil ich jetzt seine Pelge, bis dann. Ja, mach das, du, ich gucke ab und zu meine Streamer immer was los. Ja, mach das alles gut, du, gefangener, du. Ne? Ha! Ha! So, Nachricht loslösen, dann pinnen wir diese Nachricht an, dann ist es gerade alles gemacht, dann gehen wir jetzt auf Jolien, Join Game. Okay, Scooty, dann würde ich sagen, hören wir uns, ne? Sehen wir, äh, sehen wir uns Itzel irgendwann angemetert. Bye, bye. Okay, so, das heißt, ich bin jetzt gerade wieder auf mich für alleine gestellt. Ey, das ist geil, Digga, das ist echt geil, weiß, R.P. zu spielen. Oh Gott, die haben mich wahrscheinlich gerade alle retten gehört. Ach, du Scheiße, Digga, ich komm rein, der schreit direkt rum. Was für ein Dude, Alter, ehrlich, was für ein Dude. Okay, also, mein, also tatsächlich, mein Discord funktioniert wieder, also, mein Discord funktioniert noch, also, wieder, also, was ist noch? Warte mal, so, das heißt, wir gehen mal eben kurz an die Wand, ziehen uns mal eben kurz um. So, machen wir eben kurz die Karte aus. Mein Name muss ich nämlich erstmal anlassen, Digga, beziehungsweise, obwohl, die Karte aus, ne, Digga, ich bin Gruppe 6, ich bin kein Medic, das kann ich ja nicht bringen. Stimmt, da muss ich, das muss ich ja schon auslassen. Chat. Lobby kommt gleich, ja, gleich. Die Lobby ist schon da, und mein Live ist, dass ich immer noch da, oder? I guess, ja, tatsächlich. Alles klar, alright, dann holen wir uns mal eben kurz bei Pegasus, unseren Geldtransporter. Bin ja schon wieder ein und halb Stunden live, das Film, der lief echt super. Schnauze. Der ist da vorne gespawnt, hallo, ich brauch bitte einmal dein Auto. Bleib stehen, bleib stehen, hallo, bleib stehen, bleib stehen, okay, dann nehme ich halt eben dein Auto. Oh, so, auf Ansage, ich kann da jetzt gerade hinfahren. Ich kann da jetzt gerade hinfahren, ohne, ohne der Schkart ab, ohne der Schkart ab, Digga. Ah! Was, an der Junge? Ja, aber das PDs auch jetzt gerade Wir haben gerade eine 9er Lobby Was für PD, Digga Hallo Hier ist mein Stockade Auf Ansage, ich bin da hingedriftet Ich bin da hingedrift ohne Dass ich irgendwas hier wusste Aber dafür will ich mir im Kurs das Bait Outfit anziehen So BLN Member ist auch auf diesem Server, Digga Der IP Rentner Totale Legende, der Junge, wirklich Ich habe gerade wieder 9 Zuschauer, Bruder Wie kann das denn 8 Zuschauer, okay Aber wie kann das denn sein? Oh, keiner schreibt was in den Chat, Digga Alle gerade diametern Mein Gott Ja, super So, nächstes fahren wir dann links Dann ist er gleich an die Staatsbank Equa M, was für ein Name, Digga Ich will halt jetzt gleich keine Tour alleine machen, ne Das bringt mir halt nichts, wenn ich jetzt gleich eine Tour alleine mache, Digga Und dann habe ich halt noch nicht mal einen Begleitschutz Das wäre jetzt ein bisschen dumm Ja, tatsächlich, hier ist echt die Bank Siehst du, was du klarkommst? Piss dich Oh, ich will aber Das hier will ich Hätts, vielleicht so eine Cappy Vielleicht auch so eine Cappy oder so eine Offiziersmütze Ich bin mir ziemlich unsicher Ich finde das auch so ein Barrett, Digga Aber da sehe ich aus wie so einer vom Militär Ich finde die Offiziersmütze, die passt Ich finde die Offiziersmütze Die Offiziersmütze Die Offiziersmütze passt gut Ja Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es aussieht wie jetzt, wenn ich so ein Ha, so ein Brigadegeneral oder sowas, Alter Wie jetzt will ich zu jemandem sagen Hey, sofort, hör auf, dass die so und so und so Yo, Epic, Digga Niklas, geht, Alter Ich hab mich eigentlich gestern im PD beworben, aber dann war PD Also dann hat PD mir keine Antwort gegeben Deswegen bin ich jetzt gerade erstmal überläufig Sheriff Äh, Sheriff sah ich schon, Digga, Gruppe 6 Das Interior von der Bank ist super Das ist wirklich toll Niklas, du likest es im Stream oder es knallt, ne? Wo bleibt Mod-Status? Hab dich wieder einreisen lassen Du hast mich nicht einreisen lassen, Digga Alle wurden entbannt Alle wurden entbannt Aber du bist immer noch Moderator, Digga Aber es wurden halt einfach alle entfernt Alle wurden entbannt, Digga Alle wurden entbannt PD hat einen Platz frei Ja, Bruder, es bringt mir aber nichts, wenn ich da Rookie werde oder sowas, Digga Ich will auch eigentlich, äh, wie heißt das? Sheriff, Bruder Also ein Sheriff's Department Beziehungsweise ein Blaine County Sheriff's Office, weißer Aber, Digga, gönnt euch das mal Es gibt das einfach Yakuza, Alter Also Yakuza, Alter Das ist einfach Krebs Hab alle entbannt Du hast alle entbannt? Das nenne ich ja mal eine Errungenschaft Kann man, glaubt ihr, man kann eigentlich den Gruppe 6-Fagen ziehen? Ne, ne? Krass, Digga Du hast einfach alle entbannt, Junge Alle 120 Buns, was? Hattet, hattet ihr so wenig Spieler, Digga Willst, willst du mich rollen? Äh, also das ist ja mal ehrlich schon radikal jetzt Ne, kann man nicht Ja, scheiße Wenn das mal irgendjemand mal zu mir sagen will So Ich find aber die Offiziersmütze Die Jetzt hab ich's Ich hab's grad geschafft Ich hab's grad geschafft Ich hab's grad ehrlich gesagt Ob die Mütze halt zu dem Outfit halt jetzt gerade passt oder nicht, ne? Das ist halt grad so eine ziemliche Frage Hat mich 20 Minuten gekostet Hier sind 20 Minuten wertvolle Lebenszeit, um mehr Spieler zu bekommen Piss dich, Hurensohn Lord of Gaming ist auch noch hier, Digga Tim ist auch auf dem Server, Junge Da, Digga Ich hab Legacy so dermaßen vermisst Ne, wisstest du ehrlich nicht Aber ne, Klass, Digga Ich wollte eigentlich halt ein Sheriff-Office, Alter Aber dieser Ich sag jetzt mal Komm, PD Ja, ich will ja eigentlich PD Aber ich will ja halt so etwas Staatliches machen, Bruder Aber ich will nicht als Rookie sein Ich kann nicht auf andere Ich kann nicht auf Ich kann das einfach nicht, Digga Ich kann nicht auf irgendwelche Befehle hören Weil ich mich einfach darüber lustig mache Weil ich weiß genau, ich weiß Ich kann das einfach besser als diese Person Weißt du, wenn die Person mir einfach sagt Ja, Herr Goldberg, fahren Sie bitte Streife Mach ich mich darüber lustig Ich bin schief Ja, du, das ist schön, dass du schief bist Der Law Enforcement Commissioner ist auch so ein Also IC Scheint da wohl komisch zu sein OC mag ich hin OC ist eigentlich korrekt Aber der Law Enforcement Commissioner ist auch so ein komischer, weißt du Was soll ich sagen Alles komisch Alle komisch hier Nein Aber, aber auch alle cool Aber auch alle komisch Kann ich jetzt Officer Plus einstellen Wenn du schon mal mit deinem Char im PD warst Digga Mit Ben Goldberg war ich Zusammen mit Connix fucking Chief, Alter Mit Ich war Ich war letztes Jahr November war ich Chief Und du warst Commissioner Wenn ich schon mal im PD war als Officer einstellen, Digga Was Lustig, lustig So, ich lass mich nicht ansprechen Wenn die durch ein Fenster sprechen, Digga Mach ich nicht Ja, die haben mich gerade angesprochen Ja dann, Niklas, dann klär das erstmal ab, Digga Aber Ich lass mich nicht ansprechen von irgendwelchen Vollidioten, Digga Wenn die mich durch ein Fenster ansprechen Dann machen wir nicht Also durch ein geschlossenes Fenster mich anzusprechen, Bruder Das ist super Natürlich kann ich euch da auch nicht sprechen hören So, damit hab ich jetzt schon mal meine erste Route fertig Und dann gehen wir mal eben kurz in den Dienst Äh, Gruppe 6 Wo ist denn das gerade hier der Oh, ich stehe gerade hier mitten auf der Straße Okay, also das kommt gerade im Stream gerade nicht gut Wenn die Leute hier gerade hier rumfahren Jetzt würden die gerade hier wollen, ne Da, also das ist nicht cool Das ist nicht cool Ich kann mich aber gerade nicht in Gruppe 6 dienst eintragen Sondern mir ist auch gerade eigentlich nur egal sein Beleiter der Personalebene Sounds good But I don't know what to say about that Er steht da komplett falsch nebenbei, ne Er steht da komplett falsch Oder sie Ah, das ist PD, Bruder Ja, wusste ich Digga, ich werde auch so ein Hardcore-App RP-Rentner, ne Im PD bin ich dir ganz ehrlich Ich will aber gottlos Ich will gottlos Nur mit meinem Streifenwagen rumfahren Mit meinem Washington Beziehungsweise, ja Mit meinem Ja, ihr wisst schon Riecht nach scripted RP Kriege ich ne Beförderung Ja, moin Riecht nach scripted RP Knall dir halt die Fresse Ich bin gerade nur Ich bin gerade nur gerade hier mit Niklas Gerade hier was hier im Kern, ne Ich hatte ja eigentlich ja auch Erstjahr vor, ins PD zu gehen, Digga Aber das bringt mir nix, wenn ich Um 18 Uhr ein Ticket erstelle Yo, Jungs, wie sieht's aus Und ich bekomme vier Stunden später ne Antwort Um 22 Uhr Ne Machen wir nicht Ed Goldbeck, machen wir nicht Das ist, wir haben heute alle keine Zeit Aber dabei waren die alle um 18 Uhr in der Lobby Auch der verfickte Sheriff-Chief Wie er sich selber nennt Obwohl das kein Sheriff-Chief ist Das ist ein Sheriff Und seine Mitarbeiter sind Deputies Ey, radikal, Alter Mein Vater hat mir gerade ne 55 Sekunden Audio gemacht Ich parke mal eben kurz an der Seite Ich muss mir die Audio mal eben kurz anhören, Digga Aber jetzt geht's los Ich bin fertig, 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 ich Vielen Dank. Vielen Dank. Yo, das Zeug war richtig geil. Ach, egal. Es sind ja nur Drogen. Ich bin lieber bei Alkohol und Zigaretten. Bist du Garcia? Ach, du Scheiße, der Ahrer, Digga. Es ist der Ahrer, mein Bier. Der Commissioner sagt, ich soll zwei Tage als Officer arbeiten, dann werde ich Sergeant. Bitte was? Das hat doch der Low Enforcement nicht zu entscheiden. Also, Bruder, nee, es war so mit aller Liebe, Digga. Aber das hat doch der Commissioner nicht zu entscheiden. Zwei Tage als Officer arbeiten, dann werde ich Sergeant. Das hat doch der Commissioner nicht zu entscheiden. Nein, Jungs, bitte. Also, Junge. Das ist schon wieder so lächerlich. Ach, Mann. Niklas, bitte werde du wieder Commissioner. Mach mich so pd-chief. Oh, Mann, das ist so lächerlich. Alter, ist das verloren. Mein Vater hat mir noch ein Audio gemacht. Entschuldigt mich kurz. Oh, Mann. Der, also der Chief vom PD will mich jetzt stream snipen, habe ich gerade in meinem Chat gelesen. Ne, wo ist denn Niklas, ne, komm metern wir ihn mal, wo ist er denn? Ist, wo, wo ist er, ach ne, es ist Kiwi Garso hier, da unten ist ein Street Gang, ja genau. Wo ist denn Niklas, wo ist er denn, wo ist denn Ola Gamer, ne das ist Doc Zins, da ist, da ist Ola, ne da ist Knalli, ne das ist Knalli, aber Knalli fährt gerade auch zu mir. Ich werde gerade gemeterd, der Herr, boah, ich werde gerade gemeterd, die machen gleich Führerscheinkontrolle bei mir. Ja, kranke Welt, alles, Digga, sich Drogen rein zu pfeifen, einfach damit man sich ein bisschen hoch fühlt, weiß man, na, ist schon eigentlich, pff, sicherlich, sicherlich. Was mein Vater doch gerade in der Audio alles abgelassen hat, Junge, also wenn ich das gerade hier abspielen würde, hätte ich wahrscheinlich jetzt in einfach zwei Minuten Bann. So, ah, das ist jetzt nicht wahr, Mann. Hallo, so. Holen wir, holen wir uns mal eben kurz in meinen Granger. Äh, der Granger. Hier, da. Er streamsnippt mich jetzt, ja, kommen Sie doch her. Sie sind auch gar nicht in der Lobby. Aber Haselito ist in der Lobby, boah. Aber Sie sind gar nicht in der Lobby, der Herr, wie wollen Sie mich denn dann streamsnippen? Das geht ja gar nicht. Da vorne ist mein Auto. Genau, boah, aber in dem grünen Auto ziehe ich natürlich mein weißes Outfit an. So, mit einer Offiziersmütze, das sieht einfach deutlich besser aus. Von Gruppe 6, ne, genau. Das Radio ist ja gerade Copyright, ne. Ich wurde letztes Mal schon mal gesperrt. Ah, ich hab gerade auf den Laptop geguckt. Ich wurde letztes Mal schon mal gesperrt. Weil ich GTA Radio laufen lassen hab. Das war circa Januar. Vor der anderen Playstation, die ich jetzt gerade habe. Das war lustig. Das war nämlich Rhythm of the Night. Ne. Von Mojo. Und, äh, ja, dafür hab ich halt einfach dann, äh, eine Sperrung dann bekommen. Vor auf diesen Stream. Der Stream, den gibt es jetzt auch nebenbei nicht mehr. Ne, das ist halt der Punkt. Aber ich glaube, ich fahre jetzt mal eben kurz meine Tour hier zu Ende. Nebenbei kann ich einfach was erzählen. Growth Tankstelle, dann fahre ich zur, äh, hier, warte mal. Es gibt die Growth Tankstelle, da muss ich hier hin. Also hier hinten diese eine Elijah Snackladen oder was weiß ich, wie der Typ sich den auch da immer genannt hat. Ah, scheiße. Das bringt nichts, wenn ich die ganze Zeit auf den Laptop und so gucke. Ich darf natürlich nicht durch die Hood fahren, ne. Das bleibt natürlich nicht aus. Boah, da vorne geht gerade schon wieder die, äh, da vorne geht gerade schon wieder die Höhle ab. Mein Vater hat mir gerade noch ein Audio gemacht. Entschuldige mich bitte eben noch mal. Okay, mein Vater schickt mir natürlich immer Audios, wenn der jetzt dann gerade dann direkt hier auf der Arbeit ist. Das ist ja mal wieder super. So, warte mal, jetzt schreibe ich mir eben kurz auf. Okay, perfekt. Weil ich brauche nämlich... Ach, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? You are the beast. Was soll der Scheiß? So ein Dreck. Ich bin das beast, Jungs. Jawohl. 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 Ich bin das beast, Mann. Ah, Fahrzeug im Einlagern. Oh, ich bin das beast, Digga. Lego. Der Herr, töten sie mich. Hallo, töten sie mich. Ah, ich breche es in deren Hood ein, da vorne. Warte mal. Ich glaube, die verstehen nicht, dass die mich gerade eigentlich hier kennen sollen. Ah, doch, er versteht es. Okay, ich halte deutlich mehr aus. Okay, er wird überfahren. Ich werde auch überfahren. Ich glaube, ich habe gerade hier kleines Chaos angerichtet. Ja, das ist Alice. Ah, boah. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, genau, noch ein bisschen. So, jetzt bin ich wenigstens nicht mehr die Bestie, ne? Wenigstens etwas Positives. Docs since took you out. Habe ich Stickdrift? Das sah dann schon fast aus. So, jetzt kann ich eben meine Tour weiterfahren. Achso, da vorne ist gerade direkt die Hood von denen. Wo ist mein... Hallo! Hallo, Digga. Was soll das denn jetzt? Ja, ist mein... Eines Licht noch kaputt. Also, bitte. So, die eine Tour habe ich dann erst mal schon mal fertig. Der Automat ist aufgeschrieben, weil später, wenn dann die Kollegen dann da sind, können wir dann wieder die ganzen Geldautomaten wieder mit Geld befüllen. Natürlich, was halt auch das Gute ist, währenddessen wir halt auch die Tour fahren, können wir halt auch überfallen werden. So, nächster Haltwürfelbahn. Oh, das sind NPCs. Ich stafe jetzt schon. Ach du Scheiße. Oh, ne, wer ist er denn, Digga? Guck ihn dir an. Oh, nein. Oh, nein. Bitte verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Wie bitte? Ja, das wirst du jetzt die ganze Zeit in deinem Scheiß-Admin-Outfit, du kleiner Wichser. Was wollen sie von mir? Das ist echt ein schöner Streifenwagen, den sie da haben. Administrator-Mobil. Aha. Okay. Projektleiter-Mobil. Eine G-Klasse. Eine G-Klasse in Dildo-Pink. Und noch Los Santos Police Department draufstehen. Warum ist eigentlich der Sheriff-Chief nie da? Erklär mir. Was? Ja, super. Warum ist er Sheriff und ich nicht? Erklär mir das mal. Weiß ich nicht. Und ich nicht. Super, Digga. Du hast mein Stream wirklich auf laut. So, jetzt zeigt er mir eben ein Grützel sein neues Mobil. Ich werde davon jetzt gleich definitiv einen Clip machen müssen, Bruder. Ehrlich. Das Projektleiter-Mobil und so. Ach du Scheiße. Ich höre schon. Oh mein Gott. Darf ich mal fahren, bitte? Ja. Die Antennen. Sind das da vorne eigentlich Gumbo-Ballers? Ekelhaft. Balls. Ich finde auch, ich finde auch, ich finde auch, der Roller hört sich gut an, wenn er, also das hat wirklich, das hat nebenbei wirklich viele Rückspiegel. Ich meine, kann ja auch sein, dass man manchmal in den toten Winkel nicht gucken kann. Dann schaut man natürlich auf das ganz rechte Ding da unten, weiß er. Das ist, oh, das sah da ziemlich pervers aus. Ich habe mich gerade ein bisschen nach vorne gelehnt und du saß halt hinten. Das hat sich so, das sah so aus, würdest du mich gerade da genehmen. Ja, boah. Warte. Jetzt. Oder? Boah. Boah. Also das ist ja mal echt ein schönes Mobil. Ich bin da definitiv bei dir. Ich bin da definitiv bei dir, also. Ich, 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 ich kann verstehen, dass du das Mobil magst. Aber das ist halt in Dildo Pink. Das ist halt mein Problem. Okay, Digga, also mein Vater schickt mir eine Audio, weißt du? Ich verdiene ohnehin schon weniger als er. Und er sagt, ich war gerade, ich war gerade im Büro, ich bekomme jetzt eine Gehaltserhöhung. Junge, ja, wir sind Ghost Raider, Digga. Wir sind Ghost Raider. Genau, also die, also die Sitzheizung, die natürlich richtige Flammen aus sich bringt. Ich auch, ich auch, scheiße, aua. Ja, also, also, das ist, das ist eine wirklich explosive Sitzheizung, ja? Das ist, eine wirklich explosive Sitzheizung, ja? Das ist, mag schön sein. Das ist, das ist cool. Ja, ich will einen Speedy, Junge. Nee, ich will keinen Gambo spielen. Äh, das ist nebenbei eine Schluckerkappe, ne? Was glaubst du, warum ich die anhab, Junge? Ja, kann ich mich noch irgendwie beim PD bewerben? Sag's mir bitte, dann komm ich jetzt gleich einfach vorbei aufs Scripted. Hade ich eigentlich, der kleine Pisser! Ich fahr jetzt gleich einfach zum PD durch, Digga. Ich, 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 es reicht mir, wirklich, es reicht mir, oh du Scheiß. Bevor ich gleich noch hier einen Totalanfall bekomme, ne? Ohne Scheiß jetzt. Warum hab ich eigentlich gerade so viele Tags auf Discord? Nichts verstehen. Ich kann jetzt auch gerade einfach keine Streambeats einbauen, ne? Ich habe aber leider keine Capshack-Cards. Wer ist er denn jetzt? Ja, bitte. Oh nein, geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir, bitte. Halt Abstand. Halt Abstand. Ich mag, nein, geh weg von mir, bitte. Lass mich in Ruhe, lass mir, bitte, bitte lassen Sie mich. Ich kenn Sie nicht, der Herr. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Das ist abartig. Ich bin zwei Minuten hier, Junge. Ich werde direkt erkannt. Hilfe. Warum, warum machen die das mit mir? Erklärt mir das. Warum? Warum? Ich werde direkt verfolgt, Junge. Weißt du, Equa, Equa und sein Kollege Dose AK, Alter. Ehrlich, ich kann das alles nicht mehr. Also, bitte. Also ich bin original, paar Minuten hier und ich werde sofort erkannt. Das kann doch jetzt alles nicht mehr wahr sein. Nee? Aber ich will bitte mein Personal Vehicle wieder haben. Das ist ja gerade da unten. Damit werde ich nämlich jetzt dann hier wegfahren. Hallo, ihr NPCs. Tschüss. Oh, ich hab Kops. Hallo, hören Sie auf mich anzuschießen. Das war kein Call. Hallo, Sie haben keinen Schuss-Call, Sie Affe. Äh... Es tut mir leid, dass Sie das wiederfahren mussten mit Ihrem Kollegen. Ah... Ich werde auch einfach sofort erkannt. Das ist halt wirklich einfach nur eine reine Frechheit. Na, das ist doch jetzt nicht deren Ernst. Bitte. Bitte, Jungs. Bitte. Ihr kleinen Pisser. Junge, die wissen genau, dass ich das bin. Jetzt kommt da auch noch ein Motorrad hinter mir. Ist das wieder ein Admin-Mobil? Nee, ist es nicht. Ich dachte schon. Digga, als ob Load of Gaming auch noch hier ist, Digga. Fucking Mabach ist einfach auch noch hier. Ah, den hab ich auch total vermisst. Bin ich... Bin ich wirklich ehrlich. Ich hab die alle voll vermisst hier. Deswegen bin ich ja auch... Ja, fick dich und deine Toten! Deswegen bin ich ja wieder auf Legacy. Oh, das ist auch eine geile Farbe auf dem Auto. Aber wenn er das Auto... Aber wenn ich das Auto nicht haben kann, dann keiner. Dreckser. Der Geruch von Gerechtigkeit. Ist ein ziemlich schöner Geruch. Was ist denn los mit euch, Jungs? Bro. Also... Du solltest einen Arzt aufsuchen. Du... Du solltest... Wirklich... Das Krankenhaus ist in die Richtung. Du solltest wirklich... Du solltest wirklich einen Arzt aufsuchen, Junge. Kriege ich das halt einfach für dich. So. Das hier ist gut. Warum ist... Warum kommt da jetzt gerade die Folge? W... W... Er ist in dos alles verpasst. Ich hatte vorhin 15 Zuschauer. Er schreibt nur... Die Fresse. Du N-Wort. Boah, ich tag jetzt gleich einfach auf mein PD-Ticket. Ola Gamer, Digga. Und dann... Gehe ich PD oder... Bei Gruppe 6 bin ich eigentlich so oder so nicht richtig angenommen. Nein! Leute, bitte! Nein! Na, ach so. Die höre mich gerade gar nicht. Die höre mich nicht. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Lassen Sie mich in Ruhe, der Herr. Bitte. Was wollt ihr von mir? Guck mal. Okay, warte mal. Guck mal. Ich hab sogar Respekt. Ich heiße sogar rechts. Wie... Ihr wollt mir guten Tag sagen. Und mich jetzt überfallen jetzt oder was? Ja, sehr gut. Hier... Also jetzt noch nicht. Genau. Genau heute... Genau heute Abend kommt ja noch eine Tour, ne? Hi. Hi, ich bin Goldberg. Nein! Ich auch nicht. Schönen Tag noch. So unangenehm. Wirklich so dermaßen unangenehm. Kann man doch gar nicht sein. Spaß. Ich hab die alle lieb. Die sind eigentlich alle cool, die hier RP spielen. Ähm... So, wir tanken mal eben kurz Niklas auf meiner Bewerbung, ne? Weil er hat ja gesagt, er will mich ja annehmen. Wer... Avatar. Ich komme, er will mich hoch mit. Du kleiner Wichser. Geh weg von mir. Avatar, was machst du da, bitte? Ich hab gar kein Geld geladen. Mich... Mich ist was überfallen, bringt nix. Das ist mir nix. Deino. ếm Ja. Tim, du redest gerade in jeder Chat nebenbei, ne? Tja, dann kann ich dir gerade einfach leider nicht helfen. Warum macht der kleine Pisser da gerade ein Foto von meinem Dienstwagen? Ich fahre jetzt zum PD durch, Digga. Das ist mir eigentlich jetzt gerade völlig egal. Komm, ich zieh mich jetzt eben um. Ach, was will er denn jetzt? Jetzt kommen die alle zu mir. Hi, kann ich helfen? Ja, bitte. Ich kann sie nicht hören. Nein. So, was machen wir nicht. Was wollen sie denn? Vielleicht kann ich ihn in meinen Funk entladen. Nein, okay, der dann nicht. Aber warum? Der Wagen ist nicht mit Geld beladen, Junge. Der Wagen ist nicht mit Geld beladen. Er hat mich gerade einfach umgelegt. Sollte ich jetzt gerade einfach zum PD fahren? Ich glaube, er weiß nicht, dass der Wagen kein Geld beladen hat. Ja, hat er auch nicht. Alles klar. Ich glaube, er hat es gerade selber verstanden. Hast du jetzt verstanden, dass da kein Geld drin war? Hast du jetzt verstanden, dass da kein Geld drin war? Warum hast du jetzt gerade gekillt? Warum? Er ist gerade gekillt. Erzähl mal. Warum? Warum? Ja, siehst du, aber wurde es gerade angekündigt, dass wir gerade etwas transportiert haben? Meine Fresse. Meine Fresse. Dort wird angekündigt. Es wird auf deinem Handy angekündigt, wenn etwas transportiert wird. Damit das natürlich einfacher für jeden ist. Aber wenn... Bis es gerade auf diese Tour. Genau, also genau auf deinem E-Mail-Verteiler, genau auf deinem E-Mail-Verteiler siehst du, wenn eine Tour ist. Und selbst dann wird nur dann der Transporter überfallen. Ansonsten wird kein Transporter überfallen. Ne? 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 Ich werde jetzt einsteigen und weiterfahren, weil ich gerade noch etwas mit einem... Weiß ich nicht, betet man die anzuklären hatte? Aber sie standen ja gerade vor mir und haben ja gerade... Genau, sie standen ja gerade vor mir und haben ja gerade... Haben ja jetzt gerade einfach nicht geredet. Deswegen werde ich jetzt einsteigen und einfach weiterfahren. Ne, waren sie nicht, sonst hätte ich das ja gehört. Habe ich ja gemacht, habe ich ja gemacht. Aber das hätte man ja gehört. Andere Leute hätten sie auch noch gehört, haben sie verstanden. Der Transporter ist nicht aktiv. Du hast... Du bist... Du... Du bist ein ziemliches Arschloch, wenn ich dir das so ganz ehrlich sagen darf. Er steigt... Er steigt es mit ein. Okay. Na gut, machen wir so. Wohin soll es gehen! Wohin soll es gehen! Nochmal? Zum Büffelpack, okay! Und wie war ihr Tag so? Das freut mich. Ja, äh... 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 Eigentlich wollte ich jetzt tatsächlich Geld sammeln, um gleich einen Transport zu starten. Aber ich muss jetzt gleich noch etwas anderes machen. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Hier ist kein Geld drinne! Ich habe bestimmt Kleingeld für Sie. Also ich kann Ihnen bestimmt 5.000 Dollar eben aus eigener Tasche zu stecken. Weil das ist eigentlich auch gerade das Mindeste, was ich gerade noch so dabei habe. Selbstverständlich, weil ich ein gutes Herz habe bekommen, selbst 5.000 Dollar von mir. Warten Sie mal. Ich muss mal eben kurz schauen unter der Bank. Okay, es sind so viele, es sind so viele Sachen hier. Äh, wie war das nochmal aus dem Zeichenballen, ne? Wie heißen Sie nochmal? Alles klar. Bitteschön. Warum habe ich denn jetzt so FPS-Drops? Ich habe gerade... Ich habe gefühlt 2 FPS, Bruder. Was geht denn jetzt ab? Digga, die sagen alle, die wollen den Transporter überfallen. Aber wissen genau, dass im Discord eigentlich angekündigt wird, wenn ein Transport stattfindet. Die überfallen einen leeren Transporter. Ich meine, ich will ja auch den Spielern ja auch eine Möglichkeit geben, den zu überfallen. Klar, jeder soll Geld kriegen. Und das ist ja auch kein Problem. Aber die sehen doch im Discord, wenn gerade ein Transport stattfindet. Und den können die doch dann überfallen. Wenn ich jetzt gerade einen EPterund habe, dass ich gerade erstmal die ganze Gate hier auschecke, damit ich halt weiß, wie viele Millionen ich gleich ausliefern muss, dann könnten die doch einen theoretisch dann hingehen und den dann überfallen. Aber nein, die müssen es jetzt machen auf einem leeren Transporter. So wie jetzt würde man auf einem leeren Magen einfach kotzen, Digga. Da kommt auch nichts. Da kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Und das verstehen die einfach nicht. Super. Aber ich fahre jetzt gleich zum PD durch, Digga. Weil, äh, ich glaube, Niklas hat nämlich jetzt mal eine Bewerbung. Ne? Ich will nämlich unbedingt ein richtiger PD-Rentner werden. Da habe ich jetzt gerade... Oh nein, hinter mir ist jemand. Ich glaube, ich werde jetzt... Oh, okay, doch nicht. Boah, die 0 Dollar brauche ich. Ja, Digga, genau. Die braucht jede Sau hier. Die braucht wirklich jede Sau. Jeder, der hier spielt, braucht diese 0 Dollar unbedingt. Weil die würden nämlich dein Konto nämlich um 1 und 0 nochmal aufstocken. So ist es. So ist es und du willst es nicht anders sein. Geile Scheiße, ja. Geile Scheiße. Hab GTA auf Playstation gekauft und nie wieder angefasst. Die Sache ist halt, GTA auf Playstation ist halt ein bisschen komisch. Das ist halt einfach, das ist halt einfach Fakt. Das geht ja auf Playstation, ist ein bisschen komisch. Ich meine, auf PC ist es noch ein bisschen komischer, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf PC ist es noch ein bisschen komischer, ja. Aber auf Playstation ist es halt eigentlich... Ich habe gerade radikale FPS-Drops wahrscheinlich gerade wegen einem Konkurrenzkampf. So, PD. Guck mal, Digga, ich habe sogar noch ein geiles PD-Outfit, man. Äh, habe ich noch hier ein normales Outfit? Normal. Ist das da vorne mein Wagen? Ja, tatsächlich. Digga, ich habe gerade PC-bessere Performance und Moddersarbeit, nur die gleichen Werte. Ja, äh, 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 es ist halt wirklich so, Digga, also du siehst das gerade, ne? Ich habe gerade gefühlt 10 FPS wegen einem Konkurrenzkampf, der noch nicht mal meiner Nähe ist. Sonst würde der gerade angezeigt werden. Deswegen... Ah, Docs sind es gerade, die... Platz gerade am Ballern. Oder rad das PD, ich weiß es nicht, was mir ich jetzt gerade völlig egal ist. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt bald aufhören, innerhalb der nächsten 10 Minuten, hoffe ich. Aber ich verstehe nicht, warum dann FPS-Drops sind. Warum dann FPS-Drops sind, also ich kann das nicht verstehen, ich weiß auch... Auf meiner Playstation 4 Pro hatte ich das Problem nicht. Da, äh, jetzt, seitdem ich halt dieses Slim habe, von einer Freundin von mir, habe ich halt in GTA 5 massive Performance-Probleme. Ob es halt einfach daran liegt, dass es, dass es ein Slim ist, das heißt, ein Downgrade von einer PS4 Pro auf eine Slim, weiß ich nicht. Aber ja, da fühlt sich die Slim halt nicht an wie so ein, äh, Flughafen. Ich glaube, das war jetzt die übernächste Links. Oder? Ja, tatsächlich doch. Aber, aber selbst mit FPS-Drops kann ich doch relativ gut Auto fahren. Jetzt sagt mir bitte, dass Niklas noch hier ist. Scheint er wohl zu sein. Woh? Knalli! Ein Blattwichser mit dem STX. Ich hab' ja gerade genau da reingeschaut. Wo ist eigentlich jetzt schief, wenn man die mal braucht? Hallo. Wie bitte? Ja, wo ist der Chief, wenn man ihn braucht? Sehr gut. Weil einsehlich auf den Stand meiner Bewerbung bekommt man ja von einem schönen Law Enforcement Commissioner so oder so nicht, der nix auf die Ketten kriegt. Okay. Es ist... Wo ist er, Digga? Aber er ist noch online, ne? Ja, da. Ola Gamer und Lord of Gaming. Aber der kleine Pisser zieht ja anderen Leuten, zieht ja andere Leute vor als mich. Verstehe ich nicht. Ehrlich nicht. Verstehe ich nicht. Ich hab' schon Bock auf GTA 6. Aber hab' dann auch keinen Bock, wegen was man für GTA 6 braucht. Es wird so oder so erstmal auf Konsole kommen So viel steht ja fest Es wird erstmal nicht für PC kommen Es kommt erstmal nicht für PC So viel steht auf jeden Fall schon mal fest Erst für die Konsolen Und danach dann für PC Und das wird halt die Scheiße Dass man sich dann extra eine Playstation 5 Beziehungsweise Xbox X kaufen muss Um dann GTA 6 zu spielen Das ist halt eigentlich eine Frechheit Ich denke halt Ja Digga PS5 Pro wird kommen Aber ich denke dass die PS5 Pro hat einfach auch Ein kompletter Flop wird Also ich finde die Playstation Reihe Wird generell gerade so hoch gehypt Alleine halt auch schon wegen den ganzen Spielen Die ja jetzt auch kommen werden Und so Allein schon deswegen Wird die 5 ein totaler Flop Das ist eigentlich schon Grund genug Die 5 wird ein totaler Flop Auch die PS5 Slim Digga Die hört sich an Wie als würde man Weiß ich nicht Die PS5 Slim ist dann einfach laut Die Slim ist laut Digga Und die Pro Wenn schon die PS4 Pro Also bitte Die PS4 Pro Bruder So leise am Anfang Dann hast du die einen Monat Und dann ist die Scheiße laut Also PS5 Reihe Wird noch ein kompletter Flop Ich bin ja eigentlich Eher auch schon kurz davor Auf Xbox umzusteigen Alter er ist immer noch Da unten der kleine Pisser Und er kommt nicht hoch Niklas komm mal hoch jetzt Und die Sache ist einfach Digga Eigentlich auf PC Was GTA 6 Aber PC ist teuer geworden Ja PC ist mies teuer geworden Digga Wenn du Wenn du dir jetzt Fertig PC kaufst Digga Zahlt du schon fast doppelt so viel Wie als würdest du dir Nee gar nicht Wenn du dir ein PC Selber zusammenbauen willst Zahlt du schon fast doppelt so viel Als würdest du dir Ein PC billig Billig und fertig Schon vorgebaut kaufen Das ist halt das Problem Aber man sollte auch nicht Auf die vorgebauten PCs gehen Das habe ich ja auch gemacht Den Fehler Meiner hat dann irgendwann Ein Feuer gefangen Obwohl ich halt die Paste Und so halt ausgewechselt habe Auch die ganzen Kabel Jedes Jahr ausgewechselt habe Deswegen hat der auch 4-5 Jährchen Ja auch durchgehalten Aber Selbst mit Wechseln Der Kabel Sind dann einfach Irgendwann die ganzen Teile Dann kaputt gewesen Einfach Wenn man sich so Ein Fertig PC gekauft hat Wie bei mir Digga Der hat 4-5 Jahre Durchgehalten Dann habe ich einmal In einem anderen PC Den PC eingebaut Das ist dann circa Ein Jahr dann her gewesen Ja also Mein Fertig PC Hat nur ein Jahr gehalten Pauschal Gerade so gesagt Also Das war Kannst absolut In die Tonne treten Brauchst du auch nicht Ehrlich nicht Boah Wenn Niklas jetzt Weiterhin so macht Ehrlich Dann gehe ich gleich Rundhau Und schieße dem Wichser Die Fresse ein Mein PC kann Über Nacht an sein Ja meiner war auch Über Nacht an Das war er auch Aber Irgendwann Hat er halt einfach Nachts an random Feuer gefangen Das War jetzt Nicht so prickelnd Bin ich dir ganz ehrlich Dass mein ganzes Zimmer Nach verbrannten Gummi Und nach Holz gestunken Warum auch immer Mein Zimmer nach Holz gestunken hat Wenn eine Metallische PC Hülle Feuer gefangen hat Ich weiß nicht warum Ich bin mir da auch Jetzt gerade immer noch Ziemlich unsicher Today is going to be the day That the day is going to be the day PSO sind manchmal Bomben Playstation? Was? Netzteil Ja ok stimmt's Mein Netzteil hat er dann Feuer gefangen Bruder Das Feuer ist ja dann Von dem Anschluss unten Hoch die Stichflamme Hat meine komplette Grafikkarte weggefetzt Und ja Hat meine CPU Wirkert Hat meinen Lüfter Weggefetzt Also Warum Das fahrt mich jetzt gerade So nemaßen ab Warum es hier einfach Wollen wir mal Digga Lassen wir mal eben Dann auf Digga HOD Ah guck mal Da ist er doch Ich will den Stamm meiner Bewerbung Hallo der Herr Genau Der Stamm meiner Bewerbung Also das Ticket Kannst du ja gar nicht sehen Sehr gut Dann siehst du auch Das Ticket Dann siehst du auch Meine Bewerbung Dann will ich bitte Jetzt gerade eine Bewertung Darauf haben Ja richtig Richtig Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ja weil Irgendwie wurde sie mir Nicht in der Liste Angezeigt Dass du das so hast Hab ich gerade lose Jobs oder du auch Ja warte mal kurz Ah ne ok Ich weiß wo das Problem liegt Ein Pressegespräch Boah ok Ein Pressegespräch Ja Wann gehst du mich eigentlich Einkleiden Aber Aber würde das eigentlich Hier funktionieren Rein theoretisch Warte mal Äh Hier ist ja eh Hier eine Umkleidekabine Ne Ja Junge Hallo Ich bin ein Rentner Deswegen Ich bin ein Rentner Deswegen Na ich bin ein Rentner Deswegen Man soll das erkennen Dass ich ein Rentner bin Ja Das ist so richtig Ich bin das Gesetz Weißt du Junge Willst du mir das denn gerade erzählen Dass ich das scheiß Gumbet dann nochmal neu machen muss Ja aber ich will den Gumbet haben Ich bin nämlich ein Rentner Sehr gut Dann kann ich mit dem Ausfit Erstmal dann streichen Wollen Bis ich mir dann Neues machen kann Wegen dem Gumbet Weil ich aber leider G-Sache nicht Sehr gut Was hältst du so von meiner Bewerbung daher Boah Ein zweites Outfit Genau Aber das kann er erstmal erwarten Genau Was halten sie jetzt erstmal Von meiner Bewerbung daher Ich bin da eh schon angenommen Ich muss mal Achso Achso abgelehnt bin ich jetzt Dann gründe ich jetzt Ein Privatmilitär Und stürmgleicher Scheiß PD Ist mir egal Oha Gruppe 6 Muss ich eigentlich eh noch Den Bewerbungen schreiben Da bin ich eigentlich offiziell Gar nicht Aber ich wurde gestern Trotzdem bezahlt Loll Letzter So wie Ja True Boah Luki Luki Hören sie auf Luki Luki zu machen Ja Und kannst du dir mal bitte angewöhnen Wenn das eigentlich die 00 der Chief ist Und eigentlich dann die 01 Beziehungsweise P00 P101 Ja Weil das ist ja auch der Law Enforcement Commissioner Der einfach nichts auf dem Schirm hat Der hat den ganzen Server Gegen die Wand gefahren Alter Der ganze PD Server Sieht Also Selbst die Bewerbungstelle Sehen unstrukturierter aus Was ist das da für eine Schriftbewerbung Junge Das ist fucking Fontformat Von 1944 Na ohne Scheiß Bruder Ich verstehe das nicht Ja Nein 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 Das ist Bewerbungsformat Für Sieg Sieg Heil Sieg Heil Ja ich weiß Ich weiß Ich weiß Aber Aber dafür Aber ich kann Ich kann dafür Nicht gewandt werden Wenn sie nur RB ist Ne Weil genau Ich spiele ja einen Ich Muss zurückspulen Ja Gut so Gut so PD Wagen Hab ich schon Hallo Warte mal Bleib mal stehen Bleib mal stehen Bleib mal stehen Warte Bleib mal stehen Dreh dich zu mir So Dankeschön Dankeschön Chat Merkt euch Ja Gucken wir mal was wird Dafür Dafür habe ich Jetzt gerade Deinen schwanz In den mund Genossen Willst du mich Jetzt gerade Verarschen Es kann aber Sein Es kann aber Sein Es kann aber Sein Dass ich mal gleich Eben kurz Neu aufwachen Muss Also mal eben Kurz Raus Und dann wieder Rein Wenn du weißt Ja genau Weil ich habe Nämlich gerade Kopfschmerzen Ja das hört sich gut an Hört sich auch gut an Habe ich wenigstens macht Boah vielen dank Ich kann dir auch eben noch Mal im blasen oder du kannst Mich einfach du kannst mich Auch an einnehmen wenn du willst Also Meine bodycam An meinem körper Ist ja eigentlich völlig egal Wenn wir dann so ein Sextape aufnehmen Ich glaube keiner hat was Dagegen Ich meine ja nur Ne Fünf zuschauer Fünf zuschauer Warte mal Ich frage mal eben kurz Habt ihr Fünf zuschauer Etwas dagegen Dass Ich ein Sextape drehen will Jetzt live Ne Einmal antwort bitte Es gibt keine antwort Also denke ich Es war ein klares Ja Ne Es ist definitiv ein Ja Ne Nein es ist ein Ja Keiner schreibt was rennen Es ist ein Ja Die wollen alle Sextape von uns beiden sehen Genau discord Genau dienst du man Boah genau 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 Merk dir bitte Dass der Dass er Genau Ich falsch streife Und bin jetzt Officer Ben Goldberg Auf Bin jetzt auf Jagd nach Schwert Alles klar Ich muss mich immer Ich muss mich immer Imkurs Power nehmen Ne Bis gleich Alter Ich hab 10 FPS Boah Junge Ich hab 10 FPS Alter Das ist so krebs Damit gerade die GTA zu spielen Ne Guck mal Jetzt hab ich wieder Gutes FPS Guckt euch die Ladeschnecke an Ich hasse GTA Online Auf Playstation Digga Das ist so ein Performance Bug Ey Doing Jobs With your friends Packs UX Trapp Halt die Fresse Jules hat ein neues Video Hochgeladen Auf den Spuren Der deutschen Memes Vor 23 Stunden Sollte ich mir eigentlich ansehen Okay Das war mir gerade ziemlich unangenehm Dass ich gerade meine eigene Stimme gehört habe Leute Ähm Konto wechseln Habe ich noch ein anderes Konto? I don't believe in anybody Touch me now Go fuck a hooker or something Go fuck a hooker or something Save it for the hookers Okay Ah dann gehen wir mal eben kurz wieder auf online Auf Cruise Dann treten wir eben wieder bei Weil ich hoffe ich habe nämlich gerade die letzten Spawnpunkte Snapshaze Ah der Letterb ist gleich leer Krone ist nicht Doch Krone war eigentlich gerade in der Lobby Egal John bei ihr Ah Ich muss eigentlich gerade so dringend mal pinkeln So dann gehen wir wieder auf Goldberg auf meinen Account Jetzt habe ich das hier eingerichtet Perfekt aber der Streamtitel ist immer noch nicht geändert Digga Es Ey es fuckt mich schon wieder so dermaßen ab Es ist So Also ehrlich Es funktioniert nichts wenn man es einmal so will So und weil ich jetzt gerade so lustig bin Nimm ich mir mal eben kurz eine Hand Flips und esse die jetzt mit ASMR Style im Stream Weil ich nämlich gerade irgendwie Hunger gekriegt habe Aber ich bin mir gerade zuvor gerade meine Pizza rein zu machen Und warum fliegt der Ball gerade einfach random durch mein Zimmer Ach scheiß auf dich Jungen Klar ist nicht gerade mit своим Sugar gekriegt Ich habe mich gerade zugeführt dass jetzt gerade mein ganzer Mund voll ist aber ich jetzt gerade total genieße flicks zu essen das ist das ich habe direkt wieder besser als fahrer hi er wird wer von euch hat gerade gesagt dass der ruf von legacy noch mal singen sollte gott berg hier so 1 2 ja 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 Das war's für heute. Oktogramm. Ja, warte. ich muss mich ich muss mir eben kurz ja gut die bereits tragen wir nicht was ha what the fuck hallo warum warum wurde ich das was habe ich jetzt gemacht wurde hey what the fuck was also was habe ich jetzt gemacht warum wurde ich jetzt aus der kugel kick war ich gehe mal eben kurz in den support-wartebereich ihr hört einfach zu wie ich jetzt mal eben kurz so behaupten oder habe ich jetzt gerade legacy ban gekriegt ich bin immer noch auf dem server drauf die haben alle kugel bekommen auch kugel rief digger warum was digger warum digger ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht ja digger lief geht hier online war doch mal bruder also da also das kann er jetzt nicht sein das kann ja jetzt ehrlich die sein digger weiter vor Ort weiter jetzt kurde was ist da los hä, Digga Zuschauer ich wurde gerade einfach aus der Crew gekickt, Bruder, hä ey, das du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt innerhalb von zwei Tagen nee, einem Tag zweimal sinnlos aus der Crew geworfen wurde einmal, weil die ganze Lobby getreut hat einmal war die ganze Lobby getreut hat, Digga also gestern, gestern Abend und ich dann mit dem MOC eben weggefahren bin, Alter weil der nämlich eigentlich gar nicht von mir war, sondern von einem Kollegen und jetzt gerade, weil ich Zuschauer anhabe das kann ja jetzt nicht sein Digga, ich habe gerade einfach random einen Crewkick bekommen ich habe nichts gemacht, Digga ich habe auch nichts gesagt noch nicht mal ein Bann eingetragen, Alter ich wurde einfach wieder aus der Crew geworfen wer hat gegeben, keine Ahnung ich habe, ich habe Crew, äh, Ding Crewrechte getackt, Bruder keine Ahnung, wer ist das? warte mal warte mal, Digga ich schicke einfach eben wieder eine Einladung BLN-Member hat gerade auch BLN-Member hat auch gerade einfach Kick bekommen also, also bitte das ist ja, Digga das ist ja jetzt schon mal wieder so ohne Sinn so sinnfrei ich schicke das nicht, was habe ich getan, Mann fucking arsch, dann werden wir mit Flips essen ich schicke das nicht, ich, ich, ich kann, ich check das nicht, ich check das nicht warte mal Friends warte mal hatte ich es gerade bei online zuschauer an oder mit aller liebe ich verstehe ich verstehe ich habe doch das auch sinnfrei jetzt doch sinnfrei wurde jetzt erklärt mir das mal warum habe ich schon wieder kukik alter warum ich wieder alles innerhalb von zwei tagen zweimal sind frei kukiks noch nicht mal wo ich jetzt eingeladen oder scheiße ich gebe eine flasche wasser und vielleicht bin ich dann gleich eingeladen ich bin sofort wieder da ne so 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 Ich wurde jetzt gerade aus der Crew gekickt, weil ich Zuschauer-Modus anhabe. Anstatt zu sagen, dass ich es ausmachen soll, werde ich aus der Crew gekickt. Fick dich und deine ganzen Zustimmungen dafür, die gerade dafür gesorgt haben, dass ich gerade gekickt worden bin. Wie zum Fick soll ich das jetzt... Sag mal, seid ihr eigentlich alle sinnfrei oder sowas, Bruder? Zuschauer-Modus an. Und Maurice, Digga, sprech mal nicht so um Machtwort, Junge. Alter, fack mich das schon wieder ab jetzt. Jetzt kann ich ein Support-Ticket aufmachen. Dann die dort drinnen taggen, Bruder, dass die Hähne machen sollen. Es ist so sinnfrei, Digga. Ehrlich, ohne Sinn, Bruder, nur weil ich Zuschauen anhatte. Sag doch einfach, dass ich es ausmachen soll, Digga. Nö, könnt ihr den jetzt in die Lobby-Groofen bis Lachs? Fick dich, Fick dich, Fick dich. Ich verstehe das echt nicht, Digga. Das ist doch total sinnfrei jetzt. Ich könnte mich jetzt gerade einfach trotzdem in die Crew freezen, Bruder. Da ist eigentlich auch sinnfrei jetzt gerade mich dann rauszukicken, Bruder. Es ist einfach so. Ne, also, bei Gott sogar. Jungs, merkt euch bitte einfach das nächste Mal. Sprecht es doch einfach an, Digga. Sprecht doch einfach an, Digga. Sagt den Leuten, macht bitte euer Zuschauen aus und schickt uns ein Foto davon. Sonst werdet ihr aus der Crew gekickt. Aber die ganze Zeit, Bruder, jemanden zu kicken, Digga, dem dann sofort einmal am RP zu unterbrechen, weil man gerade etwas eigentlich zu tun hat, Digga, verstehe ich es ehrlich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mit aller Liebe, Digga, ich verstehe es nicht. Ich kann es... Tut mir leid, aber für mich ist das einfach total hirnverbrannt. Auch wenn ich jetzt ein Asi bin, ne? Aber das ist für mich einfach total hirnverbrannt. Jetzt tecke ich noch Maurice da drinnen, Digga. Ihr wollt das ja sehen. So, wirklich, sinnfrei. Man kann nichts mehr dazu sagen, oder ehrlich? In der Zwischenzeit kann ich mir dann eben meine Haare im Schnipp-Schnapp hier machen. Ja, geht doch, Digga. Dankeschön, Jungs. Dankeschön. Geht doch. Bekommt ihr wirklich sehr fast gerissen. Krank. Der zweite Charakter, mit dem ich immer Autos glitche. Ah, ha. Dann sehen Sie. Also,ginne. Merde. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin ganz stolz auf dich. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber weißt du, was Fakt ist? 16 mehr als du. Ja, ich tue auch nicht so eine Kacke liegen. Langweilig. Ja, richtig. Ist langweilig sowas, ne? Ja. Habt ihr es gerade selber gehört. Ist langweilig sowas. Alle Zocker sind... ...verfettet. Das könnten einfach die Worte meiner Schwester sein. So. Jetzt muss ich hoffen wir eben wieder hier in die Crew-Lobby. Guck mal, jetzt hab ich wieder 15 Minuten oder 20 Minuten jetzt schon wieder damit verschwendet, ...sinnlos der Lobby-Grad hier wieder hinterher zu holen. Waren die aus, ne? Echt sinnfrei. Ohne Schatz. Waren die aus, Ne? Ah, danke. Waren die aus, Ne? Ja, martin. Waren die aus, Ne? Waren die dictum? Dich Sta, nicht mehr. undency sch axelstn幸. B Xin意外 Hindern. Wir werden von allMP-Lobbyen mit. Ja, wie es ist ja nicht mehr access sein, Vielen Dank. Ich meine, ihr hört das gerade nicht, aber das hat einer in den Beatboxen. Okay, jetzt doch nicht mehr. Es war auf jeden Fall jetzt gerade total sinnfrei, dass sie mich gerade aus der Lobby gekickt haben. Die hätten jetzt, also aus der Crew, die hätten doch jetzt gerade eigentlich nicht sagen können, ja Digga. Es war auf jeden Fall jetzt gerade total sinnfrei, dass sie mich gerade aus der Lobby gekickt haben. Das macht das aus, das Zuschauen, aber ich glaube Kommunikation ist wichtiger, also ein Machtwort ist deutlich wichtiger als Kommunikation in dem Fall. Wo auch nichts gegen spricht, kein Problem, aber ne. Man hätte ein bisschen Kommunikation erwarten können. Ist ja jetzt auch nicht mehr so schlimm, ich bin jetzt wieder in der Crew, alles gut, wir machen jetzt Gefangenis-PD-AP. Er hängt trage ich mich jetzt gleich im Grunde im Petit-Dienst ein, Digga. Boah, ich hab überall Flips an meinen Zähnen, ey, da klebt. Oh, ich hab überall Flips an meinen Zähnen, ey, da klebt. Hä, Digga? Halt die Fresse! Scheiße, was ist das, Franzose oder sowas, Alter? Halt's Maul, Junge, sprich meine Sprache, du Affe! Das hat man grad auch nicht gehört, aber das war nebenbei auch grad ein Deutscher. Da, ich kann grad nicht in Niklas Lobby rein. Ich weiß nicht warum. Ola Gamer, Join Game. Lobby geht weiter. Wir sind hier in Lidl, keiner hat hier was zu sagen. Wo kann ich mich jetzt grad eigentlich grad im Dienst tragen, Digga? Weiß er was, scheiß auf Dienst, Digga, ich will da eh nur RP spielen. Scheiß auf Geld, keiner braucht Geld, Digga. Geld ist nicht wichtig, Liebe ist wichtig. Und Spaß ist wichtig, Geld ist nicht wichtig. Gelüft wie ein Rede. Digger, es ist zum Kotzen gerade So, Join Game, versuchen wir es eben nochmal. Scheiße, dreckig. Versorbene checked it out in the public too. I think you can go here. All том, youhhhh. We have also prechanging and arrived. We need to be ready for you. She said we are going here. Willkommen! 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 Wo haben wir denn gerade meine schöne Rentnerhaare? Hier sind meine schöne Rentnerhaare! Officer Goldberg macht jetzt die Straßen unsicher! Ja, jetzt kann ich eigentlich auch da meine Käppi runterziehen! Weil die Käppi sieht nämlich schwuchtelhaft aus! Guck mal, da ist er gerade direkt zu rein! Servus! Ja! Ja! Ich habe mir eine Uhr gekauft. Das war ja mal gerade alles hier in totaler Reihenfall. Bitte. Kannst du, willst du, also willst du mir jetzt, willst du mir jetzt gerade erzählen, dass die Kleiderordnung wird eingehalten? Sehr gut, da mache ich mir gleich die verfickte Hose, wenn es dir da besser passt. Ja, aber ich bin gerade zuvor dafür. Außerdem sind meine Muskeln gerade, meine Muskeln haben gerade wenig Energie aus dem Grund. Ja, bitte. Wenn, also wenn dieser Junge, also wenn dieser Junge mich noch einmal bei der Gruppe 6 sieht, ne, dann glaube ich schiezt er mich wahrscheinlich selber um. Der hat mir vorhin, der mag mich jetzt nicht mehr. Äh, wenn er das Hemd jetzt ändert, dann zieht er sich wahrscheinlich auch den Gürtel automatisch aus. Doch, das, nee, 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 nee. Hose, Hose, Hose kann man ändern, Obertain nicht. Hose, Hose, Schuhe, Accessoires kann man ändern, Handschuhe, aber Obertain muss bleiben. Mein Gott, ich hab gerade nichts gemerkt. Was ist das, T-Bose? Was ist das? Also, muss ich jetzt damit rechnen, dass heute noch ein Überfall geschieht? Weil wenn ja, dann bin ich wahrscheinlich der Erste, der stirbt. Ja, Entschuldigung. Dann, ja, nein. Ich habe nicht wegen dem Gumbad gemeckert, ich habe wegen der Hose gemeckert. Das sieht aus, als wären wir hier eine Sondereinheit. Achso, ups, ich habe tatsächlich noch mein Visier an. Das ist, äh, mein Google Maps ist noch da, ups. Fragt man sich nicht, ist so. Black, was hältst du eigentlich, Black, was hältst du eigentlich davon, wenn man als Strafe wieder die Barrettes einführt? Na, ich meine ja nur, ich meine, das ist ja immer relativ gut angekommen bei uns beiden damals. Weil dann, weil dann, weil dann haben die gehört, oh nein, Barrettes. Und zack, lief auf einmal alles besser. Ja, aber ich brauche, aber ihr solltet eigentlich alle gegen die Barrette sein, damit die Strafe ja auch wirkt. Achso, gut. Achso, ja. Soll ich das, soll ich das eben kurz vernünftig formulieren oder willst du das immer ansprechen? Achso, 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 ja, das, okay. Ja, also, es geht tatsächlich, es geht tatsächlich halt eigentlich nur eins bis, nee, null bis, was war das jetzt nochmal, eins, null, null bis, zehn. Wie, wie viele Leitungsringe haben wir, weiß das jemand? Äh, Commander und Captain und Lieutenant zählt dazu. Und sieben, okay, dann machen wir null bis zehn. Dann kommt Commander 04, dann kommt Captain. Was kommt nochmal nach Lieutenant, kommt Captain, ne? Ja, ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon, hat sich erledigt, hat sich erledigt. Ja, Entschuldigung, 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 aber ich hab mich hier mit den Führungsringen noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Also, wir haben, wir haben jetzt gesagt, sieben Führungs-, was, 50 Prozent. Halt die Klappe, Junge, ich hab, ich hab dir jetzt gerade gesagt, ich hab dir jetzt gerade gesagt, null bis zehn ist so oder so Leitungsebenen basiert, beziehungsweise, äh, null bis sechs ist Leitungsebenen basiert und sechs bis zehn ist, äh, intern basiert. Also, das bedeutet alles, was noch extra kommt. Und danach ist der Rest, und danach ist der Rest eigentlich egal. Dann darf sich der Rest das eigentlich aussuchen. Das, was aber blockiert ist... Hä? Ja, aber... Bist du auf... Äh, äh, hä? Ja, siehst du, guck mal. Das sind gerade nur die Leitungsränge, ne? Also, je nachdem, wie du das jetzt noch haben willst, kann man das natürlich noch anders machen. Haben wir eigentlich auch einen Zello? Sehr gut. Wer... Hör auf, ey, zu schreien. Junge, dein Ernst? Das war ein ziemlicher Scheiß-Moment. Ja, das war ein ziemlicher Scheiß-Moment. Bin ich mir gerade ziemlich unsicher. Dann haben wir noch Rivers. Warte mal, Rivers. Gerade da, ne? Genau. Äh, wenn... Äh, je nachdem, also, dass... Rivers... Das wäre mir jetzt eigentlich jetzt egal, welche Dienstleistungen wir jetzt gerade übernehmen, aber das, wie gesagt, das ist jetzt gerade mit der Leistungsteam. 06 oder 07? Schnell entscheiden. 3, 2, 1. Alles klar. Sehr gut. Den Namen von Ihnen kann ich nicht bearbeiten, das müssen Sie dann eben machen. Äh, Zello, 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 ah, hier. Legacy 2.0 Eine fünfstellige Dienstnummer? Also der erste Officer unter 50.000, sagst du? Also es ist... Also... Wie sagt man immer so schön? Nichts ist unmöglich, ne? Es ist alles im Bereich des Möglichen. Aber wer von uns fehlt denn jetzt hier gerade noch? Ja. Ich weiß nicht, ob er gerade noch beim Scheißen noch Zeitung am Lesen ist, aber... Ne? Weiß man ja nicht. Gut, wirklich. Ein dunkles Geheimnis. Äh... Äh... Ja, und dann gibt es eigentlich noch mich, der jetzt noch zwei Monate Urlaub hatte, weil ich etwas Dummes mit dem PD angestellt habe, aber ja, ich war schon vorher im PD und ja, ich war auch mal Chief und ja, er ist schon immer mein Vorgesetzter gewesen. Und ja, Barretts waren schon immer eine Strafe. Und ja, wir werden Barretts tragen, wenn sie sich nicht benehmen. Okay. Achso, gehoben. Das mit den Verhandlungen. Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Welches Livery haben wir jetzt eigentlich? Welches Livery haben wir? Also das, also das, wie bei meinem Auto, das an der Seite Police steht, oder ist es eigentlich hinfällig? Hauptsache es ist einer der ersten sechs. Was? So. Red einfach weiter. Okay. Geht einfach weiter. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. mehr als fünf ach so krieg oder was das sollte das jetzt sollte das eigentlich ist gerade die folge laufen Prozent schlage ich es gerade etwas vor ich bezweifle also ich bezweifle tatsächlich das ist eine illegalen Fraktion liegt die sie sich ich bezweifle einfach daran dass das PD ist gerade immer Schwachgewerbe gegelten wird genau aus dem Grund ja das wir fahren da jetzt alle an das ist mir neu es ist eine ATM Rob, ihr müsst aufpassen die werden wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort weg waren weil das ist nämlich offen das ist das ist ja kein Gebäude wo die wahrscheinlich da drin sind ja 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 weiter einfach durchziehen einfach durchziehen der fährt jetzt gerade Richtung rockford plaza der fährt hat Richtung rockford plaza einfach durch einfach durch einfach durch ist jetzt an der plaza vorbei links abgebogen beim lsc plaza wieder vorbei weiter geradeaus fährt jetzt wieder Richtung Stadtmitte augury gebäude vorbei jetzt am ak jetzt am akadius gebäude vorbei jetzt unter maize bank tower ich bin vor unfall ich bin vor unfall ja wir haben nicht verloren ja wir haben nicht verloren rotes parkhaus rotes parkhaus ok verunfall ich habe mich ich habe mich angeschlossen ich bin wieder direkt hin durch ist wieder links genau wieder links abgebogen ja ich bin noch hinter ihm blickt wahrscheinlich jetzt links oder rechts ab ich bin noch nicht mehr in unserem hoheitsgebiet aber das shelfdepartment ist gerade eh nicht da ne das habt ihr euch gerade maverick ausgepackt er ist es gerade auf west highway richtung palito bay unterwegs gleich höhe militär basis in circa einer minute ich habe noch sich kontakt ja er hat auf der straße keinen grip der der gröler kann halt schlecht hoch fahren alles gut ich hoffe den windschatten ach du scheiße alles ok ach du scheiße alles ok ja ok ah äh äh ah junge autofahren ist krebs überholt von links aufpassen leitplanke ja wie fährt er denn ach ich habe mich überschlagen ich bin raus ok ok oh gott wo vorbei golfplatz golfplatz haupt ich weiß wo ich weiß wo ich weiß wo ich weiß wo ja fährt er ist es was ist das hier montsona krankenhaus montsona krankenhaus wieder links und jetzt wieder rockfort plaza er fährt wieder links hoch oder warte 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 hat ein richtiges speed einheit dicker ich fahr dem grad alleine hinterher rein gefahren und dann ich habe mich über die 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 weiter ich bin zu weit entfernt von dem ich kann nichts machen ich springe runter boah nicht so schnell ich bin jetzt im kanal ich bin jetzt im kanal ich bin jetzt im kanal ja ich bin jetzt im kanal ich bin jetzt im kanal geschommen wo ist es ist es ist es ist es ist Wo ist er? Alter, ich jag mich gerade hier durch die ganze Innenstadt, ne? Was hast du, Boss? Ein Radar? Ich kann sie hervor. Ich werde sie dir. Vielen Dank. Ja, ja, graue Juggeler. Ja, graue Juggeler. Okay, aber ich glaube, ich beendete jetzt erstmal den Stream, Junges und Mädels. War cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns voneinander erstmal wieder. War geil, Bruder, ehrlich. War cool heute. Mal schauen. Schaut mal, was wird.